An Bord der Raumstation Endless Sights Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass mich die Jungs nochmal einladen. Vor uns tausende Themen. Themen rund ums Spielen, Malen und Basteln von Gelände. Manches ganz allgemein, anderes dafür ganz persönlich, aber immer mit ehrlichen Meinungen. Denn hier hat jeder seine eigene Geschichte, seine eigenen Vorlieben, Ideen und Wünsche. Diesen Jungs nun zu lauschen, gemeinsam in die Themen einzutauchen und dabei viel Spaß zu haben. Dafür seid ihr hier. Ihr hört die Dysonauts. Ein herzliches Moin an euch da draußen. Da sind wir wieder live von der Endless Side. Wir haben uns unser Shuttle geschnappt und sind in die Siedlung Önkelstieg geflogen, um dort zu landen. Und an Bord ist dabei der Phil. Hallo Phil. Ihr Knaller, ey. Was ist denn das für ein geiles Intro gewesen? Hallo Phil. Das war ja mal der Hammer. Ja, hi. Ja, wir begrüßen auch gleichzeitig den Hauke. Hallo Hauke. Mir geht's wie Phil. Ich hab Tränen in den Augen. Ich kann nicht mehr. So, und auch im Shuttle versteckt war der liebe Michael. Hallo Michael. Moin, moin. Grüß dich. Grüßt euch. Hat Michael euch jetzt überrascht? Hat der euch überrascht? Ja. Also es ist perfekt gelungen, die Überraschung. Also das war ja mal richtig geil. Super geil, oder? Großartig. Ja, mega geil. Also was ihr noch nicht wisst von wegen, wir sind eigentlich schon seit über einer Viertelstunde am Gange, beziehungsweise schon fast eine halbe Stunde am Gange und wir können nicht mehr verlachen. Also ganz ehrlich, wir haben uns Sachen erzählt, das wird glaube ich eine sehr, sehr coole und auch sehr, sehr lange Folge. Da könnt ihr euch schon mal seelisch drauf einlassen. Und da haben wir gedacht, von wegen, starten wir doch mal mit einem Knaller und das war dementsprechend das Intro. Also Michael, als du uns das vorhin geschickt hast oder mir geschickt hast und hast gesagt, mach mal pst, hier leise, mach mal fertig und so, dass die anderen beiden davon nichts wissen. Ich saß hier und hab dann plötzlich so meine Boxen etwas aufgedreht hier und ich hab auch große Augen gekriegt. Also vielen Dank nochmal. Ja, sehr gerne. Es ist wieder Kantina-Zeit. Kantina-Zeit heißt eigentlich, wir sitzen schön irgendwo in der Siedlung Önkelstieg und trinken irgendwo ein kleines Getränk und unterhalten uns über die tollsten Sachen im Hobby. Und genau so wollen wir denn eigentlich starten. Ihr habt ja beim letzten Mal schon mitgekriegt, dass wir einfach überzogen haben wie Thomas Gottschalk. Also wirklich, also die Tagesthemen, die hatten nur noch zehn Minuten Zeit. Und daraufhin haben wir gesagt, komm, wir treffen uns nochmal, wir machen eine Kantina Teil 2 für euch da draußen, weil es gibt einfach so viel zu erzählen, so viel zu erzählen. Und Michael, du wirst dich wundern, wir haben einige Fragen aus der Community für dich. Die werden wir nachher so im Laufe des Abends dann einstreuen, die du dann natürlich ganz spontan beantworten darfst. Und der liebe Hauke hatte Themen rausgesucht, ich hab noch ein Thema rausgesucht. Und ja, Phil fliegt einfach mit. Ich hab vielleicht noch einen kleinen Teaser für euch für später vorbereitet. Okay, also dazu später mehr. Okay, dann würde ich sagen, bleib mal lieber dran an die Geräte, an die Geräte. Okay, okay, würde ich sagen, steigen wir direkt mit ins erste Thema. Hauke? Hi. Du hast uns rausgesucht, das OPR-Turnier Hannover 2. Genau. Es ist ja nicht so, dass weniger passiert, wenn wir länger warten. Es ist ja andauernd irgendwas, so kommen sie gar nicht mehr zur Ruhe. Also, der aufgeschlossene, informierte und interessierte Hörer wird sich erinnern, dass wir schon mal zur Folge der Dyson House 142 hatten wir Steffen und Christian vom 3TH in Hannover zu Gast. Die haben uns damals über ihr OPR-Turnier Hannover 1 berichtet. Grüße gehen raus. Ganz genau, Grüße an die beiden. Jetzt haben sie halt das, vor 14 Tagen lief das Turnier Hannover 2 und ich hab teilgenommen. Und ich kann sagen, diesmal bin ich nicht letzter geworden. Hinter mir waren noch die beiden Springer, die jeweils ein Spiel weniger hatten. Aber ganz großartig. Ich will mal kurz berichten, was da geschehen ist, okay? Aber sehr gerne. Okay, also. An dem Tag wurden vier Spiele gespielt, jeweils 2500 Punkte OPR Grim Dark Future. Und ich habe Ultramarines gespielt, also Battle Brothers. Mit einer Liste mit zwei Support-Trupps mit jeweils drei schweren Waffen, zwei Trupps Battle Brother, also jeweils fünf Space Marines, mit einem Flammenwerfer, zwei Dreadnoughts und drei Landspeeder. Und diese Liste ist zum einen, glaube ich, nicht wirklich Turnier geeignet. Und zum anderen bin ich zu doof, diese Liste zu spielen. Okay. Alles gut, aber es hat Spaß gemacht. Und das ist ja das Wichtigste halt, ne? In der Tat. Im ersten Spiel habe ich gegen Spacescaven gespielt, also Red Man Clans. Und der dazugehörige Spieler war Sven. Sven, auch an dich, herzlichen Gruß. Sven ist derzeit auf Platz vier des deutschlandweiten OPR Rankings. Und der hat mich richtig abgeledert. Also er hat mich getabelt. Ich habe irgendwann im dritten, ich glaube im dritten, oder Beginn des vierten Spielzungs habe ich dann einfach aufgegeben, weil es einfach keinen Sinn mehr hatte. Und ich war dann eines Spiels und viel Erfahrung reicher, aber ich habe absolut kein Land gesehen. Okay. Im zweiten Spiel habe ich gegen Elder, also Weltenchef Elder gespielt. Die heißen ja Elffleets, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. High Elffleets irgendwie halt. Aber letztendlich sind das halt Elder. Und gegen Tim aus Hannover, der auch zum 3TH gehört. Auch Grüße an dich, Tim. Das war ein interessantes Spiel, aber auch dort habe ich einfach gnadenlos schlecht gespielt und Tim ziemlich gut. Und deshalb habe ich da auch cool verloren. Aber auch das machte nichts. Im dritten Spiel habe ich dann gegen Svens, ich glaube, das Mädchen war zehn, neun oder zehn Jahre alt. Tochter gespielt, die hatte Koblenz oder besser gesagt Orks, aber letztendlich hatte sie 18 Koblen-Panzer und ein fahrendes Schiff. Und das Spiel habe ich dann gewonnen. Auch insoweit an meine Gegenspielerin schöne Grüße. Und im vierten Spiel habe ich gegen Steffen gespielt. Das ist ja einer der Organisatoren. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass das ein Manöver ist. Denn er ist mit Ultramarines Primaris angetreten. Und ich mit meinen Ultramarines, Space Marines, in Klammern, sogenannte Firstborn. Und das war auch ein sehr schönes Spiel, habe ich aber letztendlich im Ergebnis verloren und gut war. Also unterm Strich habe ich, glaube ich, Platz 11 gemacht und spiele jetzt Orks. Wenn der Bauer nicht schwimmt, wird sie die Badehose schuld, ne? Nein, das ist sicherlich... Hat der Kind gedauert, bis Hauke es endlich einsah. Also genug Figuren hast du dafür auf jeden Fall, würde ich sagen. Das stimmt. Aber ich muss mich jetzt, nachdem ja auch jetzt die dritte Edition raus ist mit dem ersten Update schon wieder, muss ich mich sowieso in die neuen Regeln reinfuchsen und immer gucken, was ich dann mit meinen Ultramarines mache. Aber demnächst werde ich erstmal Orks spielen halt. Okay, wichtige Zwischenfrage dazu ist jetzt einfach wie im Fußball. Hauke, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ich glaube, dass ich das noch nicht wirklich begriffen habe, wie man das Spiel spielt. Oder zumindest auf Turnierebene spielt. Also da muss man schon genau arbeiten. Dass du halt die Entfernung genau abmisst und dich nicht einfach irgendwo hinstellst, sondern dass es auch Sinn und Verstand hat, was du da machst. Ich habe einfach teilweise gar keinen Bock gehabt, nachzudenken. Ich habe einfach gesagt, komm, jetzt ziehst du das einfach mal hier so hin, was teilweise gar keinen Sinn ergab. Und unterm Strich denke ich, dass mir schlicht und ergreifend die Spielpraxis fehlt. Und man muss sich jetzt einfach mal Haukes Worte und Thomas Müller in der Mixzone vorstellen. Nach einem Länderspiel. Das wäre so großartig. Ja, aber das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich meine, du hast ja dann im letzten Spiel, wo wir uns gesehen hatten, hattest du ja relativ viele Space Marines damit bei, die mit dem Flammenwerfer durch die Gegend gelaufen sind. Und die fand ich ja schon echt böse, muss ich ja ganz ehrlicherweise sagen. Hattest du jetzt auch wieder so eine Liste wirklich drumherum gestrickt, wo du sagst, ich habe sehr viele Flammenwerfer mit, also die ja wirklich dann halt Schaden ohne Ende gemacht haben? Ich hatte zwei Space Marines mit Flammenwerfern dabei und drei Flammenwerfer auf einem Dreadnought drauf. Aber auch das hat alles nichts gebracht, weil ich nicht dazu richtig in der Lage war, diesen Dreadnought dementsprechend einzusetzen, sondern ich bin damit einfach irgendwie sinnlos in der Gegend rumgezogen. Und dementsprechend wurde der halt abgeschossen. Es war etwas ernüchternd, aber trotzdem, also ich will das nochmal betonen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe eben mal nachgeguckt. Auf der deutschlandweiten Rangliste bin ich nicht Letzter, obwohl ich beide Turniere gnadenlos verloren habe. Aber ich bin auf Platz 51 zur Zeit nach den Punkten, obwohl ich nicht in der Lagenliste draufstehe, weil ich bei einer Einstellung bei 3T3 falsch war. Aber ich habe die Einstellung geändert. Nur das nächste Update dauert noch ein bisschen. Aber von den Punkten wäre ich nach der Liste auf Platz 51 und damit nur einige Punkte hinter Phil. Also ist in Ordnung. Ich bin auf dieser Liste drauf? Ja. Das gibt es ja gar nicht. Und ich bin nicht Letzter? Ja. Unglaublich. Du bist, glaube ich, Platz 44 oder so. Ach du heiliges Alter, das ist ja unfassbar. Was war denn so mit den Leuten, die so, sagen wir mal, so die ersten drei Treppchen belegt haben? Erste, zweite, dritte Platz. Weißt du noch, was die gespielt haben? Ja, der Sieger, das war, wie schon gesagt, Sven. Der hat halt die Rattenmenschen gespielt, also Space Scaven. Und der zweite, das war Sebastian, der hat Sisters of Battle gespielt. Platz drei war Manu, Learning by Dying. Das ist derjenige, gegen den Phil auch die volle Packung bekommen hat mit den Borrowern. Bitte Tyrannien. Oh ja, das war echt übel. Grüße gehen raus zu Manu nach Hamburg. Vierter ist Falco Raggedyman-Gress. Der hat Robert Legions gespielt, auch einer aus Hamburg, auch Grüße. Dann Svens Tochter, Platz Nummer sechs, war ein Spieler, der leider aufgrund eines, ja, der musste das Turnier abbrechen und ins Krankenhaus. Das war sehr ärgerlich, zumal der halt auch die ersten beiden Spiele beide gewonnen hat und damit auch garantierten Anwärter auf dem ersten Platz gewesen wäre. Oh, gute Besserung. Also wir hoffen, dass da nichts irgendwie jetzt groß im Argen gewesen ist. Ja, ja. Und da kamen noch so ein paar andere Jungs und dann halt am Ende ich halt, aber alles gut. Dieses Turnier hat allerdings bei mir zwei weitere Überlegungen aufgeworfen. Und das eine möchte ich euch mal ganz kurz vortragen. Und zwar stellt euch vor, ihr spielt da. Also ihr seid jetzt so ein OPR-Spiel. Pardon. Und euer Mitspieler sagt, hier pass mal auf, ich nehme hier meinen Kampfläufer. Den stelle ich zwölf Zoll und ein Millimeter von deinem entfernt hin, sodass er nicht geschadet werden kann im Nahkampf. Und schießt. Das ist so das Szenario. Da habe ich mir gar nichts so beigedacht, als das mein Mitspieler gemacht hat. Habe ich daran auch nicht gestoßen oder so. Also ich empfand das auch nicht als unfair oder irgendein Trick oder so. Alles gut. Nur im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, dass es eigentlich nicht gut ist, sowas beim Spiel zu machen. Wie seht ihr das? Das ist, würde ich sagen, ist das ganz klassische Powergaming. Das ist der Inbegriff von Powergaming für mich, so zu spielen. Was meinst du damit jetzt genau? Also beim Powergaming geht es ja so darum, die Regeln so zu deinem Vorteil auszulegen, dass du maximale Chance auf den Sieg hast. Weil irgendwelche krassen Kombinationen dir raussuchen von Einheiten und halt die Regeln so spielen, dass es halt wirklich einfach nur spielmechanisch das Maximum rauszuholen aus dem Game. So, das ist für mich Powergaming und das kann man halt sehen, wie man will. Wenn man, sag ich mal, unbedingt den Titel erobern möchte, dann ist das vielleicht sogar manchmal notwendig, so zu spielen. Aber es nimmt natürlich auch so ein bisschen, weil es halt so verkrampft wirkt von außen, auf mich zumindest, so ein bisschen den spaßigen Flow aus der Sache raus irgendwie. Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen vielleicht auch auf die Spielsituation an, weil ich habe das manchmal auch, wenn ich mit Freunden spiele, dass mir dann sagen, ja, also ich bin hier in der und der Reichweite, weil man es vielleicht nicht exakt über ein Geländestück so abmessen kann. Ich bin jetzt außerhalb deiner Reichweite, ich bin aber innerhalb meiner Reichweite, weil ich kann jetzt irgendwie schießen, ich kann das machen, aber ich bewege mich nicht so weit ran. Sprich, ich habe im Kopf, dass du das machen könntest und das möchte ich verhindern, indem ich mich nur so und so weit dir nähere. Bei so Situationen, wo man halt nicht genau dann messen kann, durch ein Geländestück zum Beispiel oder weil es irgendwie, ja, keine Ahnung, sonst irgendwie ein bisschen umständlich ist, spricht man das dann halt einfach an und der andere sagt dann, ja, okay, du stehst halt da und da. Und finde ich, also finde ich da durchaus normal, würde ich sogar sagen, also da finde ich Powergaming, wenn das jetzt halt nur an der Stelle im Spiel vorkommt, würde ich das nicht unbedingt als Powergaming bezeichnen, weil dann müsste es, glaube ich, noch ein paar mehr Situationen geben, wo man das Gefühl hat, okay, der nutzt es zum Beispiel gerade extrem aus. Also, dass er dann zum Beispiel immer sehr großzügig misst, so für sich, aber sobald du mal irgendwas messen möchtest, dann wird auf jeden Millimeter geachtet. Wie kam dir das denn vor? War das ständig dann im Spiel oder wie? Bevor ich mal ein großes Fazit dazu mache oder auch die Frage, würde ich gerne nochmal kurz Piwi zu Wort kommen lassen und dann würde ich darauf gerne eingehen. Was ich sagen wollte, ist von wegen so, ihr habt euch ja für einen gewissen Zweck dort getroffen, um miteinander gegeneinander zu spielen. Das ist jetzt ja in einem Turnierrahmen gewesen und dann finde ich das maximale Auslegen der Regeln auch konform. Das finde ich okay, weil ich weiß, worauf ich mich einlasse. Treffen wir uns jetzt privat zum Spielen und man würde sowas tun, diese ständige Maxen von Listen, von wirklich die Regeln bis auf gespannte Wien-Flitzebogen ausreizen. Dann hätte ich glaube ich eher ein Problem damit, aber da man sich ja als Agreement getroffen hat, wir sind auf einem Turnier, dann will ich mal so sagen, dann kann man diese Regeln natürlich auch dann halt spannen wie ein Flitzebogen halt. Dann ist das gerade so. Also in dem Rahmen fände ich es okay, wenn wir uns privat treffen, hätte ich glaube ich ein Problem damit. Okay, ich merke, dass ihr da andere Ansatzpunkte habt als ich. Also Michaels Beispiel mit dem ist schwierig zu messen, darum machen wir das jetzt einfach so, würde ich mal gerne herausnehmen, weil das eine sinnvolle Gentleman-mäßige Reaktion auf ein Problem ist, das einfach von keinem zu verantworten ist. Das ist einfach schwierig zu messen. Dann lösen wir es anders so. Dass jemand die Figur so hinstellt, dass sie in einer bestimmten Reichweite ist, nämlich dass ich sie nicht erreiche im Nahkampf, aber er auf mich schießen kann, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Das ist im Begriff des Spieles. Womit ich ein Problem habe, ist ehrlich gesagt, dass mir das erklärt wird. Und zwar folgendes. Man muss sich doch mal fragen, warum erklärt er mir das? Und ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber es sind ja zwei Sachen denkbar. Zum einen erklärt er mir es allgemein, so damit ich einfach weiß, was er macht. Okay, das ist gut. Aber auf der anderen Seite ist ja auch denkbar, dass er das gar nicht genau misst, sondern einfach so hinstellt, ohne jetzt irgendwie dadurch einen Vorteil zu erlangen. Er ist einfach nur ungenau. Und im späteren Spiel stellt sich heraus, dass die Figur gar nicht zwölf entfernt ist, sondern dass ich sie erreiche, weil er sie nicht genau hingestellt hat. Und dann ist doch die Frage, was gilt dann eigentlich? Gilt das so, wie die Figur steht? Oder gilt das, was er vorher gesagt hat, mit dem ich mich einverstanden erklärt habe? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ist das, was er sagt, ich stelle meine Figur so und so hin, ist das deklaratorisch erklärend oder konstitutiv? Also sozusagen bestimmend für das Spiel, womit er letztendlich sein Risiko des falschen Messens auf mich ablehnt, indem er es mir sagt und ich mich damit einverstanden erkläre. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist schon schwierig. Das ist also, weil er würde sich natürlich immer darauf berufen, ich habe dir das ja gesagt und nicht wahrscheinlich anerkennen, oh, ich habe mich dann da vermessen. Während du natürlich sagen könntest, ja, du hast dich vermessen, hättest du mir das ja tausendmal sagen können, aber dann hättest du auch genau messen müssen. Und dann hast du natürlich, ja, den Konflikt und also aus dem Bauchgefühl würde ich auch sagen, nee, wenn der Abstand so und so ist, ja, dann hat er halt Pech gehabt und dann hätte er das genauer messen müssen. Aber ich würde auch sagen, dass wenn er dir das vorgibt, dann würde ich das kontrollieren in dem Moment. Das ist vielleicht dann, ja, ein bisschen ungewöhnlich oder man vergisst es vielleicht dann auch in der Turnieraufregung oder so. Aber ich würde da immer sagen, okay, das gucke ich mir jetzt selber nochmal an. Das nimmt dann auch wieder ein bisschen die Hektik raus. Also du hast dann ja dir eine Pause geschaffen, wo du einfach nochmal nachdenken kannst. Du kannst, ja, das nachmessen und dann wirst du nicht so von diesem Vorschlag von ihm so quasi überfahren und, ja, hast ein besseres Gefühl beim Spielen. Kommst wieder ein bisschen in den Entspannungsmodus. Also dieses Problem hat sich ja gar nicht gestellt letztendlich. Das war nur im Nachklapp, da habe ich mal drüber nachgedacht, was hätte eigentlich aus der Situation werden können. Von daher will ich meinen Mitspielern das auch gar nicht unterstellen, dass er so draufgewiesen ist oder wäre oder überhaupt. Das ist völlig theoretisch einfach. Die Variante, dass ich das ja nachmessen kann, sehe ich ehrlich gesagt nicht als richtig an. Denn im Zweifel laufe ich ja Gefahr, dass er falsch misst, ich richtig messe und er korrigiert. Eigentlich würde ich doch erst messen, sobald es für mich interessant ist. Und von daher, um dieses ganze Problem von vornherein zu umgehen, würde ich das nächste Mal zu meinem Mitspieler halt sagen, in der Turniersituation, pass mal auf, das ist super nett, wenn dir das hier einer erklärt. Das kannst du gerne erklären, wie du willst. Aber unterm Strich, entscheidend ist, wie die Figur steht zu dem Zeitpunkt, zu dem gemessen wird halt. Und du kannst dir erklären, was du willst und es kann halt möglich sein, dass du dich vermisst oder so. Du musst es halt entscheiden, wie du die Figur hinstellst und gut ist halt. Und ich denke, das ist die einzige Art und Weise, wie man das tatsächlich vernünftig fair handelt haben kann. Denn es gilt ja auch für beide Seiten letztendlich das Gleiche. Steht ja auch in keinem Regelbuch drin, dass es irgendwie regelkonform wäre, dem Gegner darüber zu informieren, wie die Entfernung ist zu irgendwelchen Geländemerkmalen oder anderen Einheiten. Taucht den Regelbücher nicht auf. Also in der Regel hast du ja eigentlich immer irgendwie eine Differenz von einem Zoll Minimum, von einem Reichweitenlimit zum nächsten. Also der eine kann 12 Zoll, der andere kann 13 Zoll beispielsweise. Meistens ist es dann ja sogar noch mehr. Und dann würde ich mich persönlich niemals in dieses ja 12 Zoll und ein Millimeter, sondern dann mache ich halt einfach 12,5 Zoll. Also dass man wirklich sagen kann, da ist nochmal ein Zentimeter Puffer und das ist halt alles ganz safe so. Da muss man quasi nicht genau auf Millimeter messen, sondern da ist wirklich klar, das ist außerhalb der Reichweite oder es ist halt nicht außerhalb der Reichweite. Man hat sich vertan und dann ist man drin. Aber also auf Millimeter, das ist halt schon ziemlich frickelig. Es kann natürlich Spielsituationen geben, wo es halt wirklich auf Millimeter genau ankommt. Aber das ist dann schon auch ein bisschen anstrengend, glaube ich, eine Partie über mehrere Stunden oder ein ganzes Turnier auf diesem Level zu spielen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Das denke ich auch. Das war mein erster Gedanke, zu dem ganzen Turnierkram. Und mein zweiter Gedanke ist, und das ist jetzt eine Sache der Community, auf das Thema Community und was das eigentlich ist, komme ich auch nochmal später zurück, im heutigen Tage, glaube ich. Aber Folgendes, es stellt sich langsam die Frage, in welchem Rahmen eigentlich Grimdark-Future-Turniere in Deutschland gefahren werden halt. Also zum einen hatten die Tabletop-Freibeute, hatten ja einen oder haben einen gewissen Standard etabliert für sich, wie sie dort die Turniere machen. Und die Hannoveraner-Jungs, die haben halt einen anderen Standard. Und ich weiß, dass zum Beispiel in Aschaffenburg oder Berlin halt Überlegungen auch getroffen werden, wie der Turnierstandard sein soll. Und das ist auch noch nicht so wie in Hannover oder in Hamburg. Das ist alles so, jeder braut so ein bisschen an seinem eigenen Gebräu. Und daher möchte ich mich dafür aussprechen, wenn die Jungs das aus Berlin und Aschaffenburg insbesondere hören, durchaus das System der Hannoveraner zu übernehmen. Ich will das mal ganz kurz zusammenfassen, was das im Wesentlichen ist oder im Wesentlichen bedeutet. Also zum einen 2500 Punkte, vier Spiele, 120 Minuten. Das ist ein strammes Projekt. Ich persönlich finde drei Spiele besser, aber es gibt halt viele Leute, die vier Spiele besser finden. Und letztendlich, wenn man gemeinsame Regeln haben will, dann ist das natürlich auch ein Kompromiss. Und das vierte Spiel wäre aus meiner Sicht halt ein Kompromiss, den ich dann hier bereit bin einzugehen. So, darüber hinaus. Anmeldung bei T3. Armeelisten werden bei Beskos Pairing hinterlegt. Die Zusammenstellung der Armeen, maximal fünf Helden, maximal dreimal die gleiche Einheit, keine Einheit über 875 Punkte, maximal zwölf Einheiten insgesamt und gemischte Armeen sind nicht erlaubt. Für die Turnierbalance gilt dann halt, dass Einheiten zusammengelegt werden können. Helden können aber nicht zusammengelegt werden, wenn die andere Einheit auch eine Einzelminiatur ist. Verstärkungsregeln werden nicht angewandt. Und das ganz Entscheidende für das Turnier war aus meiner Sicht, dass auf jedem Tisch das gleiche Gelände ist. Und zwar, dass es standardisiert. Und zwar auch, dass es jeweils auf dem Tisch gespiegelt ist. Also jeder hat immer das gleiche Gelände zur Verfügung wie sein Gegner. Die vier Spiele unterscheiden sich aber insoweit, dass zwar immer auf dem gleichen Gelände gespielt wird, aber in verschiedenen Aufstellungszonen und mit verschiedenen Missionsmarkern. Und das macht die ganze Sache äußerst interessant, da dieser Geländeplan von Steffen und Christian nicht einfach irgendwie ein Geländeplan ist, sondern ein wirklich sinnvoll angelegter Geländeplan, der sowohl nahkampfstarken als auch beschussstarken Armeen das Spiel ermöglicht. Und das hat aus meiner Sicht ganz hervorragend funktioniert. Und diese Regeln sind über T3, über die Informationsreiter der Turniere der Hannoveraner abzurufen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal runterzuladen und mal in Ruhe durchzulesen. Und dann halt ganz großartig. Ich fand also selbst das, was in Hamburg lief, war schon toll und cool, aber das in Hannover war echt nochmal besser. Okay, das dazu. Ich will nochmal kurz was einwerfen in Richtung Gelände. Also ich finde es natürlich auch schön, wenn ich nicht als Spieler das Gefühl habe, dass ich jetzt auf einer Platte spielen muss, weil mir die zugeteilt wurde, wo ich jetzt irgendwie durch das Gelände einen Nachteil habe. Aber ich denke mir halt auch, wenn du zehn Tische, wie viele Teilnehmer wart ihr, Hauke? Wir haben an fünf Tischen gespielt, wir waren zehn Teilnehmer. Ja, also ich sage mal, fünf Tische kannst du natürlich noch gut über einen Hobbyclub ausstatten mit gleichem Gelände. Aber dann wird es halt irgendwann schwierig. Und ich habe einige Grand Millis von Saga damals in Erlinghausen im Freilichtmuseum gespielt. Da waren es, glaube ich, 32 oder 48 Teilnehmer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und da hat der Mirko von Stronghold Terrain halt einiges an Gelände auffahren müssen, damit die Spieltische möglichst gleich sind. Und ich glaube, ja, irgendwann stößt du da natürlich an Grenzen. Also wenn es halt wirklich auf einen Zentimeter bei den Bases ist und also wenn du jetzt irgendwie Gebäude oder so auf eine Base setzt und du sagst, okay, egal wie das Gebäude aussieht, es zählt die Base, dann ist das vielleicht noch einfach. Aber das kann irgendwann echt schwierig werden, weil das Ganze muss ja auch noch gelagert werden, dann am besten bis zum nächsten Turnier. Und ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen aufs Spielsystem an. Also jetzt One-Page-Rules habe ich noch kein Turnier gespielt. Aber bei zum Beispiel Summoners habe ich Turniere gespielt, wo halt die Spieltische eher so thematisch gestaltet waren. Das heißt, dann hattest du mal irgendwie eine Eiswelt, dann haben wir eine Lava-Welt und dann war das Gelände natürlich auch anders. Und ja, es gab dann halt einfach nur ein Limit, was die Geländestücke angeht. Aber die waren halt schon alle ein bisschen unterschiedlich von der Fläche. Da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Das ist auch überhaupt nicht, sage ich mal, konträr zu Haukes Vorschlag. Es kann theoretisch auf jeder Platte ein anderes Thema sein vom Gelände her. Komplett anders. Es geht halt primär um das Layout und da wurde tatsächlich auch mit Geländezonen gearbeitet. Also ich finde es auch ganz cool, dass die dann so Plexiglasscheiben hatten, die quasi dann festgelegt wurden als sichtblockendes Gelände oder schwieriges Gelände. Mit den entsprechenden Regeln. Und dann hatte jeder noch, jeder Spieler oder zumindest in der Runde, in der ich zugeguckt habe, das war das gegen die Craftworld-Elder, da hatte dann jeder Spieler noch einen extra Sichtblocker, den er auf eins der in eine der Geländezonen reinstellen durfte. Dann halt auch abwechselnd sozusagen. Jeder hatte nur einen, deswegen war da nicht so viel. Aber das fand ich auch irgendwie eine ganz nette Idee. Und das schließt das ja gar nicht aus, dass theoretisch auf jeder Platte ganz andere Geländeteile stehen könnten, solange halt quasi die Aufteilung, welches Gelände als was festgelegt wird, identisch ist. Also Hauptsache die Basegrößen stimmen dann überein. Genau. Phil, du hast gerade gesagt, die haben so Plastikscheiben benutzt. Also muss ich mir das wirklich vorstellen, dass dann, sage ich jetzt mal so, Plexiglas ausgeschnitten wurde in einer bestimmten Größe und dann haben die da mit einem, was ich, Edding draufgeschrieben, schwieriges Gelände oder sowas, damit das wirklich klar war? Oder wie stelle ich mir das vor? Also draufgeschrieben war da jetzt, glaube ich, nichts, oder Hauke? Das ist so, du kriegst eine Karte des Geländes, des Spieltisches. Und auf dieser Karte ist klar zu erkennen, welche Acrylglasplatte welche Art von Gelände ist. Und du hast eine Spielmatte, dann hast du eine Acrylglasplatte, die im besten Fall 30x30 cm vielleicht groß war. Die wurde dann da hingelegt. Und auf dieser Acrylglasplatte wurde dann normales 3D-Gelände aufgestellt. Da aber das Ganze als Top-Down-Line-of-Side-Guide, das heißt, du sprichst, du guckst nur von oben drauf halt, ob das am Gelände vorbeigeht oder durch ein Geländestück oder wie auch immer. Das ist maßgeblich. Das heißt, du gehst nicht mit dem Kopf runter und guckst so auf Höhe der Figur, was jetzt eine 3D-Linie ist halt, sondern einfach nur von oben gucken halt. Und das macht das Ganze unglaublich einfach. Und vor allem macht es die Sache klar. Also es erübrigt sich jegliche Diskussion über Sichtlinien. Also die gibt es einfach nicht, weil das klar ist halt. Und dementsprechend sahen die Tische auch nicht gleich aus. Also die sahen wirklich unterschiedlich aus halt. Es war halt nur mit einem etwas größeren Abstraktionsgrad zu anderen 3D-Geländen. Ich sag's mal so. Aber es klingt wirklich nach, ich sag mal von wegen, das habt ihr jetzt für zehn Leute gehabt. Das finde ich ist noch wirklich handelbar. Also diese Platten irgendwo hinzustellen, gut, die Matten rollst du auf, die kannst du irgendwo hinpacken und so weiter. Das ist alles handelbar. Aber wenn man jetzt überlegt, so ein Turnier mit 500 Leuten und mehr irgendwie auszustatten, uh, holler die Waldfee, ey. Aber das, ich sag mal so, das ist ja zur Zeit ein theoretisches Problem. Also es ist ja, es steht ja gar nicht zur Debatte, ein Turnier mit 500 Personen zu machen. Das Größte sind, glaube ich, was zur Zeit in der Mache ist, sind 30 Personen in Hamburg das nächste Turnier. Und die machen das ja anders. Die benutzen interessanterweise, benutzen die aber die, die, die gleiche, die gleiche Regel, ne? Auch die benutzen diese kleinen Matten, die da hingelegt werden. Phil, erinnerst du dich doch auch noch, ne? Das ist ein Problem. Ja genau, das ist da auch, ist da auch ähnlich gewesen. Nicht identisch, aber ähnlich, genau. Noch ein bisschen lockerer, würde ich sagen, was diese Geländeaufteilung angeht. Und die Tische waren auch nicht alle gleich, sondern es gab, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Typen von Tisch sozusagen, auf denen man dann spielen konnte, die auch dann passend zu den unterschiedlichen Szenarien aufgebaut waren. Klingt auf jeden Fall total spannend. Also von daher, ich sag mal, das ist natürlich auch voll die Arbeit, sich als Turnierorganisator dann hinzustellen und halt auch die Sachen zu machen, zu organisieren und all sowas, ne? Also von daher finde ich es schön, dass es halt angenommen wurde, ne? Also, dass die Leute halt auch so ein Feedback von euch bekommen, dass die dementsprechend wirklich Sachen richtig gemacht haben. Das finde ich gut. Ja, und nochmal, wer auch immer das demnächst ein Turnier organisieren möchte für Grim Dark Future, dem sei wirklich angeraten, entweder sich das bei T3 mal runterzuladen und anzugucken. Man muss es ja nicht genauso machen, aber man muss das Rad auch nicht immer wieder neu erfinden. Man kann sich ja zumindest daran mal orientieren, ne? Denn das, was die Jungs da gemacht haben, ist wirklich grandios. Oder, und ich glaube, damit sind die auch einverstanden, wenn man die dann auf dem One-Page-Rules Grim Dark Future Discord oder bei T3 oder bei ihrem eigenen Discord auch anschreibt. Ich glaube nicht, dass die einen da wegdrücken und sagen, nö, die erkläre ich das nicht. Sondern ganz im Gegenteil, die werden sich freuen, wenn sie da ihr Wissen weitergeben können. Denn auch die haben natürlich ein Interesse, das hatte ich mit denen auch besprochen, auch die haben natürlich daran ein Interesse, dass die Turniere untereinander vergleichbar sind. Sonst braucht man diese ganze Rangliste nicht. Die ist völlig sinnlos, wenn die einzelnen Turniere völlig unterschiedlich sind. Also daher ist da eigentlich insgesamt Interesse dran, das sinnvoll zu vereinheitlichen. Das ist ja jetzt auch alles erst so wirklich am Entstehen. Also weil jetzt ein Turnier mit zehn Leuten ist ja jetzt noch nicht so die Welt. Und wenn das dann irgendwann in ein paar Jahren so wirklich hier, wir machen mal eine Meisterschaft mit, keine Ahnung, 50 Teilnehmern oder so, da will man ja eigentlich hin. Und bis dahin muss das ja wahrscheinlich erst mal so wachsen und dann auch mit so ein bisschen ausprobieren. Und ja, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und irgendwie einigt man sich dann, ja, so wie du jetzt auch quasi vorgeschlagen hast, so hier übernimmt das bitte. Oder das war gut, das war weniger gut. So, das hat mir persönlich nicht gefallen. Das dafür hat super funktioniert. Dass dann mehr und mehr Leute sich dann irgendwann auf so einen Konsens einigen. Genau. Auch sollte es auf jeden Fall hinauslaufen. Na ja, das, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag errichtet. Das ist klar. Wir befinden uns so gefühlt jetzt in der chaotischen Zeit des gesetzlosen Internets. Und daraus müssen wir jetzt wie eine Struktur erwachsen lassen halt. Genau. Das trifft es ganz gut. Es gibt ja auch für Killteam, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, wer das organisiert, organisiert, aber da gibt es so einen Service auch in Kooperation mit, ich glaube, einem Händler oder, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber die bieten für Killteam wirkliche Turniersets an. Das ist, glaube ich, gedrucktes Gelände. Ja, glaube ich. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja, und das ist, und das kannst du halt dann dort bestellen. Das ist dann auch für einen gemeinnützigen Zweck. Also du zahlst dann als Turnierveranstalter einen Obolus von, lass mich nicht lügen, 50 Euro, kriegst es zugeschickt fürs Turnier, kannst es benutzen, kannst deine Tische alle gleich ausstatten, weil das jeweils unterschiedlich bemalt, aber es ist jeweils dasselbe Gelände. Und dann schickst du es wieder zurück und eventuell wird dann mal irgendwas repariert, wenn was kaputt gegangen ist oder so. Aber ansonsten alles Geld, was dann übrig bleibt, das geht einem wohltätigen Zweck dann zu. Aber frage mich jetzt gerade nicht, wer das organisiert. Das müsste ich raussuchen und dann PV schicken und dass er das dann nochmal in die Shownotes reinpackt. Aber für Killteam gibt es das und das ist dann auch wirklich identisches Gelände, dass jeder Tisch gleich ausgestattet ist. Ja, super cool. Ja, ist ein ganz inter Service, wenn man sich das mal so recht überlegt. So haben auch die Leute, sag ich jetzt mal, so kleinere Clubs, die einfach sagen, hey, komm, wir sind zwar irgendwie als so zehn Mann Armee so unterwegs, aber wir haben nicht einfach das Gelände, um dafür uns ein Turnier quasi aufzubauen. Dann finde ich das total cool, wenn man dann sagen kann, hey, kannst du uns das schicken? Die packen das ein, schicken das dann zu euch. Man baut das da auf und nach dem Turnier schickt man das dann wieder zurück und hat dann auch noch mit seinem Geld was Sinnvolles gemacht, als, keine Ahnung, die nächste Packung zu kaufen, die man eh nur wieder ins Regal stellt. Coole Nummer. Also wir werden das mit Sicherheit irgendwie unten verlinken. Klickt da einfach mal drauf, sucht euch das mal raus da unten in unseren Shownotes und dann klickt da mal drauf. Das ist eine wirklich interessante Nummer. Ich kann nur nochmal sagen, das war ein ganz, ganz großartiges Turnier und jeder, der Bock hat auf OnePay-Schules, möge mal die Augen offen halten, wann das nächste dann Hannover 3 stattfindet. Das ist in der Fahnenwalder Straße und da kommt, in Hannover ist das gar kein Problem, da hinzufahren. Ich glaube, die Straßenbahnhaltestelle ist auch direkt davor und ich glaube, Eckehusarenstraße ist das. Also es ist wirklich mitten in der Oststadt eigentlich und auch aus dem Umland kommt man da wirklich wunderbar hin. Die Jungs haben da sieben Spieltische, wenn sie alles rausholen, sodass 14 mal mitspielen können und das war nett. Die Leute waren cool, da hat keiner genervt, hat sich keiner irgendwie unfreundlich gezeigt oder so. Das war wirklich, wirklich großartig. Also ganz, ganz toll. Haben die Jungs gut gemacht und auch meine herzlichen Dank an alle Organisatoren und Teilnehmer. Ich würde mal eben den Michi was fragen wollen und zwar sind wir jetzt schon gerade ja in dem ganzen Bereich Gelände und so weiter und so fort. Wir haben ja gerade gesagt, man kann sich mittlerweile Gelände bestellen und so weiter. Jetzt fragt der Verrio bei uns auf dem Discord-Kanal. Mich würde ja mal Folgendes interessieren, das passt ein bisschen zum Video bezüglich der eigenen Ansprüche beim Malen. Verkackt man als Geländebau-Guru eigentlich auch mal den Bau eines Geländestückes? Nein, natürlich nicht. Niemals. Das sind alles nur Happy Accidents oder wie war das? Nee, natürlich geht auch mal irgendwas daneben. Beziehungsweise es wird nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, nicht mal im Ansatz so. Aber ich, also was so zum Beispiel dann die Bemalung von dem Geländestück angeht, da habe ich dann zwar irgendwie was im Kopf, wie ich es gerne hätte, aber ich bin auch immer völlig damit zufrieden, wenn ich halt weiß, okay, das ist jetzt nicht so geworden, wie ich es eigentlich gedacht habe, weil vielleicht ein bisschen zu hell, ein bisschen zu dunkel oder der Braunton ist nicht ganz so. Aber hey, völlig okay. Also da mache ich mir nicht den Stress, dass ich jetzt irgendetwas genau so umsetzen möchte. Also dann gucke ich lieber, wie ich das Ergebnis, was dann da ist, ja, eventuell noch ein bisschen pimpe und mit Trockenbürsten oder mit Washes oder so da dann nochmal den Farbton so ein bisschen raushole. Ja, ansonsten, beim Bauen lasse ich in den Videos eigentlich alles weg, was nicht geklappt hat und was dann auch meiner Meinung nach nur ablenkt. Also ich möchte in den Videos nicht zeigen, ja, ich habe jetzt hier mal angefangen und dann habe ich das gemacht, ach, und das hat nicht so geklappt und deswegen habe ich das hier nochmal verändert und dann habe ich das nochmal gemacht, das war auch nicht so dolle, deswegen habe ich das gemacht, sondern es soll nur Schritt für Schritt gezeigt werden, wie man zu diesem Ergebnis kommt und nicht über Umwege. Das haben Dennis und ich eigentlich schon immer so gemacht und dadurch sind die Videos natürlich auch so kurz und kompakt. Aber das passiert mir auch. Also es gibt durchaus Projekte, wo ich erstmal irgendetwas komplett baue und dann auch merke so, okay, wenn ich das jetzt so und so zeigen würde, wie ich es mir gedacht habe, ist es vielleicht sogar umständlich. Ich habe jetzt beim Ausprobieren nochmal eine andere Variante gefunden oder eine andere Reihenfolge und dadurch kann ich das dann nochmal ein bisschen optimieren. Jetzt gar nicht mal so sehr vom Ergebnis, sondern einfach vom Erklären. Welches Bauteil, beispielsweise aus Hartschaum, schneide ich jetzt zuerst zu? Wie schneide ich das zu? Muss ich jetzt hier ständig abmessen? Oder wenn ich zwei Teile zugeschnitten habe, vielleicht ergibt sich dann automatisch das Maß für das dritte Teil. Und all diese Sachen probiere ich erstmal aus. Und dann entsteht das Video, aber es geht natürlich gehen Sachen schief. Klar. Was war denn das letzte Teil, wo du wirklich gesagt hast, von wegen so, boah, nee, komm, das war wirklich Bockmist, das geht jetzt Richtung Tonne? Also ganz völlig krasse Vielschläge wüsste ich jetzt gerade nicht so. Aber es sind dann halt, also ich bastel ja meistens irgendetwas primär für mich. Also Gelände, das ich gerade für jetzt ein Spielsystem gebrauchen kann oder wo ich einfach richtig Bock drauf habe, wegen einer bestimmten Technik, was ich irgendwo gesehen habe, so, das will ich ausprobieren. Aber ich bastel nichts, was ich jetzt nur für die Kamera mache und dann einfach quasi wegschmeißen würde. Weil das würde mir keinen Spaß machen und dann wäre es dann quasi auch irgendwie Arbeit. Also insofern habe ich eigentlich immer, wenn ich was fertig habe, das Gefühl so, ja, das gefällt mir, weil ansonsten würde ich auch kein Video dazu machen. Aber so, ja, es sind dann vielleicht mal irgendwie Missgeschicke, so, dass, ja, zum Beispiel Epoxidharz mal irgendwo rausgelaufen ist, weil irgendwie das Ganze nicht richtig abgedichtet war. so, ähm, ja. Aber jetzt, jetzt überleg mal, wie lange machst du jetzt dann Videos dann quasi nur rein um den Geländebau? Ähm, seit achteinhalb Jahren. So, achteinhalb Jahre. So, in achteinhalb Jahren sammelt sich natürlich relativ viel Gelände in der Casa de Martin an, auf dem, auf dem Anwesen, wo links die Ananasplantage ist und rechts quasi die Viersiche in praller Blüte stehen. Du meinst in der Galaxie, weil so ein Anwesen würde ja nicht ausreichen vom Platz her. Du weißt, worauf ich hinaus will. Wo lässt du den ganzen Kram? Bei mir. Muss man nach Hamburg fahren. Und bei Hauke. Und bei Hauke. Genau. Ja, und bei Hauke, ja. Hauke kriegt die Hartschaumreste in Tüten geliefert. Ich kann die gut gebrauchen. Ja, du kannst die gut gebrauchen. Das stimmt. Nächstes Mal bringe ich dir eine Platte mit, Hase. Dann kriegst du eine von mir geschenkt. In Wirklichkeit plant Hauke, sein ganzes Haus damit zu dämmen und fragt immer so lange Hartschaum, bis das Haus voll ist. Auf jeden Fall, ey. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Hauke dann mit so einer Heißklebepistule und dann so kleinen Hartschaumklötzen von draußen an der Wand. Gut war's gespart, du. Und dann mit dem Doppel-Null-Pinsel noch irgendwie Trockenbürsten. Ja, aber ich werde dann hier die, ich werde dann die Bude nur mit imperialen Adlern hier pflastern und dämmen halt. Du, kriegst eine Kiste Bier von mir, wenn ich bei dir am Haus, oben im Giebel, so einen 2,50 Meter imperialen Adler sehe. Weißt du, wie beim Schützenfest. Ja, also den bauen wir, ne? Führe mich nicht in Versuchung. Führe mich nicht in Versuchung. Ich habe auch schon gerade gedacht, wie druck ich dir das? Nee, nee, den schneiden wir schön aus Hartschaum. Also da machen wir dann so eine Spannweite. Mit einem Protzorn, echt? Von der Platte ist doch 1,20 Meter. Da kriegen wir zwei schöne Schwingen mit hin. Ich stelle mir gerade die Augen von Haukes Frau vor. Wenn die nach Hause kommt, fährt das Auto in Carport und geht einfach in die Haustür und guckt einfach so in den Giebel rein, so irgendwie. Und sieht plötzlich diesen imperialen Adler. Und Kommissar Hauke steht oben an seinem Fenster im Büro mit so einem Monockel noch in der Hand und nickt einfach nur. Ich habe ja schon mega eins auf den Sack bekommen, als ich den Bader-Mahlstrom, nicht Bader-Mahlstrom-Komplex-Aufkleber aufs Auto geklebt habe. Hat sie gesehen? Ja, der hat sie gesehen und hat sie auch gleich wieder abgerissen. Oh nein. Wenn ich jetzt hier niedersage, sonst ist es ja tatsächlich so, dass oben auf dem, wie heißt das, Dachgiebel, wie auch immer, die Pferdeköpfe, wenn wir nach außen oder nach innen gucken. So bei freien Bauern gucken die, glaube ich, nach außen und bei Leibeigener, keine Ahnung, was das dann sind, gucken die halt nach innen halt. Und ich kann das natürlich dann mit imperialen Adlerschwingen machen, halt hier, das ist halt ... Ja, aber am Giebel ist doch eigentlich gar nicht so sexy, Hauke. Das muss doch eigentlich direkt auf die Regenrinne über den Eingang. Zumal das und ans Dachpanzer bauen wir noch einen Sturmbeuder an. Wenn die Zeugen Jehovas mal wieder vorbeikommen, oder was? Genau. Ja, oder diese, nicht Schützengräben, aber diese Sperren, diese kleinen, keine Ahnung. Panzersperren. Ja, so gegen Infanterie, die so ein bisschen versetzt gebaut sind. So mit NATO-Draht dran. Ja, die dann schön vorne in den Vorgarten oder auf die Auffahrt vom Carport. Warte, Schatz, ich stelle sie mal kurz beiseite. So ein Wal der Märtyrer halt. Ja, genau, das war's, Wal der Märtyrer. Du hast ja auch einen relativ schönen Garten, ne? Hab ich dich letztes Mal auch gelobt, als wir da waren, wie schön dein Rasen ja eigentlich auch ist, ne? Den hast du ja wirklich, also wirklich adäquat hast du den hier hingekriegt, ne? Ich hab hier noch so eine Flasche Roundup stehen. Wenn wir jetzt den imperialen Adler bei euch auf den Rasen drauflegen und drumherum quasi das Roundup streuen, sprühen, gießen ... Das hätte auch was. Ich sag mal so. Ich darf nie wieder zu euch kommen. Das hört sich alles wild an. Aber ich habe tatsächlich, wir haben hier zwei Garagentore und die müssen gestrichen werden. Und ich hab das okay, dass ich auf das eine Garage ... Jetzt hat meine Frau tatsächlich erlaubt, dass ich auf das eine Garagentor eine geöffnete Hangar Bay für ein TIE Fighter male. Das heißt, du guckst auf die Garage und guckst in den Hangar mit dem TIE Fighter. Ey, krass. Alter, das ist fett. Da bin ich ja gespannt, ey. Aber wieso nur auf das eine Garagentor? Das habe ich auch überlegt. Aber was ich habe, habe ich. Wie gesagt, besser die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand, oder wie war das noch, ne? Du kannst ja sagen, ich probiere auf dem einen, das male ich dann über, Schatz. Und auf dem anderen male ich es richtig. Und wenn es dann auf beiden drauf ist, wird sie ja nicht Nein sagen. Genau. Ich würde auch ein Portal malen, dass man in die Chaoswüste guckt. Aber da können sich die Nachbarn beschweren. Ich glaube, die würden sich schon beschweren, wenn du den imperialen Adler aufmalst. Also, weil sie nicht wissen, was es ist. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Piwi, also Platz ist ein Problem, auf jeden Fall. Und ich habe, glaube ich, so nach ein paar Jahren dann angefangen, ja, an Freunde mal Gelände weiterzureichen. So nach dem Motto, hier kannst du es gebrauchen. Und dann ist das schon mal so punktuell ein bisschen weniger geworden. Jetzt ist es natürlich durch die ganzen Spielplatten, die ich jetzt auch fürs Buch gebaut habe, ein großes Problem. Die Lösung sind dann zum Beispiel Flohmärkte wie bei den Freibeutern oder Charity-Auktionen, was ich einmal gemacht hatte, ja für Dice Dennis und für den James von The Drowned Earth. Ja, aber es ist immer noch genug und viel und zu viel. Nein, man kann nicht zu viel Gelände haben. Ich wollte gerade sagen, das sagst du den ganzen hier Plastik-Crack-Süchtigen hier im Podcast hier, die wir sagen von wegen so, naja, man muss auch irgendwann mal hier auch mal sagen, wenn es gut ist und so weiter. Nein. Nein, 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 nein. Das kennen wir hier nicht. Nein, nein, nein. Aber der Nachteil an Gelände ist meistens ja, dass du es halt wirklich blöde lagern kannst, denn während du halt Miniaturen irgendwie, ich meine, da gibt es zig Transport- und Lagerlösungen, aber Gelände ist halt immer irgendwie eine Sonderform. Also, das kannst du nicht... Aha. Bitte? Aha. Ist es also jetzt doch plötzlich schwer, das zu lagern? Mhm. Du widersprichst dir gerade deinen eigenen Verkaufsargumenten bei den Freibeutern. Das ist sehr interessant. Alles, was ich nicht lagern kann, kommt auf den Flohmarkt. Ach, was schert mich das Geschwätz von gestern? Nee, ich habe hier so meine zwei Ikea-Boxen-Größen, da ist das meiste drin, aber manchmal ist dann auch nur ein Teil in einer Box, wo ich dann auch denke, das ist nicht so praktisch eigentlich. Aber, ja. Und zwei Spielplatten hängen bei mir zum Beispiel an der Wand, so wie Bilderrahmen. Ja, bei Phil auch. Der hat sogar einen richtigen Rahmen drumherum, ne? Kommt noch. Ah, ja. Ja, wir wollen Pictures sehen. Wir wollen Pictures sehen, auf jeden Fall. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann folgt dem Phil mal athammer4000 bei Instagram und uns natürlich auch. Und da werden wir natürlich auch die ganzen Bilder dann dementsprechend posten. Wenn der Phil denn mal in Quark kommt. Ne? Ja, das könnte noch ein paar Tage dauern. Okay, also nächstes Mal. Michi, andere Sache, weil du gerade dein Buch angesprochen hast. Pan84 fragt, wann kommt endlich das Kickstarter-Buch? Hast du da Neuigkeiten, die du uns verkünden dürftest? Es gibt ja niemanden, der mich dafür bestrafen könnte. Amster, mein Chef. Du, vielleicht kommt Green Stuff World nochmal um die Ecke, aber das ist ein anderes Thema. Da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Nein, wir planen jetzt, oder ich mit meinem Team plane jetzt, am 27. Oktober in Druck zu gehen, also die Daten an die Druckerei zu übertragen. Und wenn da alles glatt geht, dann vier Wochen später werden die Bücher beim Vertrieb, beim Miniaturikum angeliefert. Dann geht auch direkt der Versand los. Da werde ich dann auch wieder 2000 Bücher mit einpacken und verschicken. Und das wird ungefähr zehn Tage dauern. Also da wird dann auch jeden Tag so ein Rollwagen, sind das ja meist von DHL, wird dann jeden Tag ein Rollwagen rausgehen. Also die ersten Bücher sind auf jeden Fall vor Nikolaus da. Und die letzten dürften dann auf jeden Fall vor Weihnachten eintreffen. Zumindest in Deutschland, je nach Ausland. Also wenn es nach Australien geht, ja, dann kann es vielleicht auch nach Weihnachten werden. Aber ja, also das ist so aktuell der Plan. Ja, spannend. Also ich freue mich sehr auf das Buch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir haben ja heute den kalendarischen Herbstanfang, der 22.09. heute, wo wir das aufnehmen. Und so langsam geht ja auch da draußen so wieder die Zeit so los, dass es früher dunkel wird. Es wird langsam kälter da draußen, was man so merkt. Die Stürme gehen los, was wir alles so haben. Und das ist für mich immer dann so das Zeichen von wegen, so dass man wieder langsam anfangen sollte, sich doch vielleicht irgendwie wieder einem Projekt zu widmen. Und da kommt dein Buch sehr gelegen. Ja, das freut mich. Und das merke ich aber auch generell, was die Videos angeht. Also man kann immer sagen, dass im Sommer eigentlich die, ja, oder das Interesse an Tabletop-Content, ich glaube, das ist nicht nur in meinem Kanal oder auf meinem Kanal so, sondern auch bei anderen Kanälen, dass es im Sommer immer ein bisschen nachlässt, dass natürlich dann die Leute draußen sind und eher andere Sachen machen und dann ab der dunklen Jahreszeit wieder so sich hinsetzen und fürs Hobby sich die Zeit nehmen und Figuren bemalen, Gelände bauen, mehr spielen und so. Und ja, das ist ja auch schön, dass man dann zumindest in der dunklen Zeit auch wieder was Schönes machen kann. Phil, bei dir habe ich gar nicht so das Gefühl. Bei dir ist, glaube ich, immer irgendwie laut meinem Gefühl so immer, da ist immer Action bei dir auf dem Schreibtisch. Bei mir ist immer Winter. Bei mir ist immer Winter. Winter is coming. Ja, genau. War Oppenheimer auch schon da bei dir, oder was? Ja, Winter is coming. Nö, hier ist immer Winter. Du brauchst dir keine Sorgen machen, da kommt nix. Ach, Phil sitzt da mit seinem Tee in der Hand und dann geht's da ab. Das wäre aber auch ein vieler Spruch für so einen Kaffeebecher oder so einen Teebecher in dem Fall. Bei mir ist immer Winter. Sommerloch? Nö, bei mir ist immer Winter. Das erinnert mich an dieses geile Meme von Mattis, das er verschickt hat. Da sieht man halt so einen Adepten des Administratums und darüber steht halt, im Imperium ist immer Montag. Den kannte ich auch noch nicht. Jetzt schön. Oder um auf Stenkelfeld zurückzukommen, Weihnachten im Oktober. Oh ja, das ist herrlich. Stenkelfeld. Wenn ihr nicht Stenkelfeld kennt, wir verlinken euch das da unten drunter, dann versteht ihr auch meinen Opener, warum wir in der Siedlung Önkelstieg gelandet sind. Stenkelfeld. So, sehr schön. Ja, okidoki. Wenn man jetzt natürlich nur noch ein Bundestagverband hätte über Tabletop und Wargaming, die sowas als Standard natürlich auch bundesweit einführen würden, dann wäre das natürlich noch viel besser. Aber da kann Hauke mit Sicherheit noch was anderes drüber erzählen. Fibi, welche feine Überleitung. Weißt du, Hauke, hier, Liebe geht raus. Okay, also, der ganze Aufhänger sind die Kollegen vom Nebensache-Tabletop-Podcast aus Österreich. Das sind zwei Jungs, Markus und Philipp. Und die hatten in einer ihrer letzten Folge, nämlich Nummer 109, hat Markus die Frage aufgeworfen, braucht es ein Tabletop-Dachverband? Erstmal Grüße an die beiden. Markus, also Markus Klammiker, dem kann man durchaus nachsagen, da wird er mir jetzt, glaube ich, auch nicht böse sein, dass er nie um einen Spruch verlegen ist und ganz gut die Fresse immer aufreißt. Das darf er aber auch, denn im Gegensatz zu vielen anderen hat er auch was Sinnvolles zu sagen halt. Und darauf komme ich jetzt zurück. Und zwar, er sagt Folgendes. Er sagt, das Hobby zieht immer weitere Kreise und ich sage mal, insgesamt wird es mehr Mainstream, es wird professioneller, mehr Firmen sind betroffen, was heißt betroffen, sind dabei, alles Mögliche halt. Und er sagt halt, eigentlich wäre es sinnvoll, ein Tabletop-Dachverband zu gründen. Und das hat er jetzt nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich versuche das mal zu Ende zu denken. Und zwar, was meine ich mit dem Dachverband? Ein Verband, in dem alle anderen Tabletop-Vereine vereint sind. In dem sie nämlich genau sowas machen können, in dem sie in einer organisierten Form solche Turnierstandards zum Beispiel festsetzen können. Ein Dachverband wäre dazu geeignet, halt das Wissen, dass es in einigen Vereinen gibt, an andere Vereine weiterzutragen oder auch anderen Leuten bei der Vereinsgründung zu helfen. Nun kann man natürlich sagen, ja, Alter, hier Verein, deutsche Vereinsmeierei, bla, 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 im Sinne von hier alles für den Dackel und so. Aber ich glaube, es steht außer Frage, dass für die Leute, die etwas schaffen wollen, nicht die Leute, die etwas konsumieren wollen, für die ist das egal, aber die Leute, die etwas schaffen wollen, ein Verein immer sinnvoll ist, weil er ihnen nämlich Planungssicherheit gibt und sie von einer Haftung nach außen weitgehend freistellt. Und wer in einem Tabletop-Verein ist, der hat das ja sowieso für sich schon festgestellt, dass das sinnvoll ist. Und dann wäre es eigentlich nur konsequent, noch einen Schritt weiter zu gehen und ein Dachverband zu gründen. Ist zum Beispiel beim Deutschen Fußballbund genauso. Oder es ist eigentlich bei jedem, bei jeder Sportart so, oder vernünftigen Sportart so, dass es mittlerweile einen bundesweiten Dachverband gibt. Und deshalb möchte ich mal die Idee in den Raum werfen, dass wir das deutsche Tabletop-Bündnis gründen. Was haltet ihr davon? Also nicht wir in Person, sondern um die ganze Zeit über die anderen. Nur, dass ich das jetzt nicht verwechsel. Das waren ja Österreicher. Meinen die mit Dachverband DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, oder ist damit einfach nur übergreifender Verband gemeint? Also das sind ja schon noch, also wenn du jetzt sagst, einerseits Dachverband, was für mich in meiner Konnotation DACH bedeutet, aber dann von einem Deutschen, also deswegen die Frage. Nee, da gibt, Markus meinte, glaube ich, noch etwas anderes. Aber ich habe diesen Gedanken aufgegriffen. Und was ich meine, ist tatsächlich auf Bundesebene, also für Deutschland. Weil dann könnte man auch mit Brust eine deutsche Meisterschaft machen. Eine Sanktionierte quasi. Ja, oder Ligaspiele halt. Was weiß ich, Freibeuter gegen Strategiespielfreunde aus Bad Amsthal oder so. Das wäre halt alles drin. Ihr werdet euch wundern, aber wenn Piwi mal so ein bisschen sein Google-Fu anschmeißt, dann findet Piwi ja was. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was gehört habt von dem DVSI. Nein. Habt ihr noch nicht von gehört. Das ist nämlich der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie e.V. Das heißt also, im Grunde genommen gibt es dort schon mal eine Institution, die zumindest, sagen wir mal, etwas mit Spielwaren per se zu tun hat. Jetzt lese ich euch mal so ein paar Sachen vor, was die Mitglieder angeht, die dabei sind. Und ich glaube, da werden euch einige von sehr bekannt vorkommen, die unter anderem auch bei uns mit in die Reichweite mit reinballern. So, ich fange einfach mal an. Da ist zum Beispiel die Firma Faller. Die Firma Faller ist ja bei euch bekannt für Modellbau und Bäumchen und Zubehör und so weiter und so fort. Ist ja durchaus auch immer in irgendeinem Spielwarenladen, den wir betreten vor Ort. Sprich also, wenn wir irgendwie Turfs brauchen, wenn wir Tafts brauchen, was weiß ich nicht, was kennt man ja vielleicht schon. So, dann habe ich ein bisschen weiter geguckt. Dann ist mir die Firma Asmodee aufgefallen, die dort Mitglied ist. Asmodee, die Firma, die quasi hier Star Wars Legion macht und Shatterpoint und so weiter und so fort. Das ist doch, glaube ich, alles Asmodee oder haben die das mittlerweile abgegeben? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall haben die ja auch mal Tabletops quasi gemacht. Ne? So, die sind da zum Beispiel mit. Ja, grundsätzlich stimme ich dir zu. Wir dürfen aber nicht einen Verein wie ein Sportverein jetzt mit so einer, ich würde es mal eher sagen, lobbyistischen Vereinigung verwechseln. Naja, aber was macht ein Dachverband denn eigentlich? Ein Dachverband macht Lobbyarbeit. Und genau das ist ja das von wegen so, was man ja eigentlich von einem Dachverband möchte. Man möchte, dass der Dachverband nach draußen geht, sagt Hallo, sich aufmerksam macht, wir sind da, wir sind wer und wir machen Umsatz. So, und natürlich ist das Tabletop-Hobby ein, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen, in der Spielwarenindustrie ein kleines Licht. So. Ich glaube aber, dass Hauke ja eher etwas meinte, so als zentrale Anlaufstelle für Clubs, für Vereine, die, ja, die einfach Unterstützung brauchen, die Informationen brauchen, die irgendwie wachsen wollen und, ja, die vielleicht dann eben noch nicht so groß sind und nicht so erfahrene Mitglieder haben, ja, und nicht alles alleine wuppen wollen, sondern Informationen einholen möchten von Vereinen, von erfahreneren Veteranen, die sagen können, ja, so gründest du einen Verein und wenn ihr ein Turnier macht, denkt unbedingt daran und wenn ihr Tag der offenen Tür macht, dann sollte das und das gemacht werden, ihr müsst eine Versicherung haben, beispielsweise, all solche Sachen, aber weniger, so habe ich zumindest Hauke verstanden, quasi für die Firmen, die sich dann irgendwie als, ja, als Gemeinschaft organisieren und dann, ja, vielleicht dann Messeauftritte irgendwie anders angehen können und so, weil sie eben schon organisierter sind und nicht klein klein dann bei einer großen Messe anfragen, ob sie da einen Tisch bekommen. Aber genau das ist das ja, genau das ist das ja, wir haben diesen großen Dachverband und ich war noch nicht fertig mit meiner Aufzählung, wir haben zum Beispiel die Firma Hasbro da mit bei, Hasbro sollte euch was sagen. Ja, Pivi, ich muss aber kurz dazwischen grätschen, und zwar, du hast sozusagen die Antithese gefunden von dem, was mir vorschwebt. Nehmen wir mal als Beispiel Games Workshop. Ja. wenn, oder früher, wenn ein großes Turnier organisiert werden soll für Games Workshop Spiele, gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses Spiel organisiert wird. Entweder vom Unternehmen oder von den Kunden. Und, ähm, was mir vorschwebt, ist halt, dass sich die Kunden organisieren und zusammenschließen. das, was Michael eben sagte, halt, dass man anderen, anderen Mitspielern, Spielern, Hobbyisten beim Aufbau eines Vereins helfen kann. Das ist ein großer Aspekt. Aber es gibt natürlich noch den anderen Aspekt, dass man natürlich, wenn man ein Dachverband hat, in dem viele andere Vereine mit tausenden von Spielern organisiert sind, dann kann man natürlich auch geschlossen gegenüber Unternehmen auftreten und sagen halt, wir haben die und die Vorstellung. Das und das solltet ihr mal überlegen. Das ist nichts, was man dann irgendwie groß, im Großen und Ganzen hier in der Öffentlichkeit propagiert. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn du als Verband mit sagen wir mal 30.000 Mitgliedern an Games Workshop herantrittst oder als drei People aus Bad Amster. Und in diesem Sinne brauchen wir Lobbyarbeit, aber nicht für die Unternehmen, sondern für die Kunden. Da ist jetzt genau mein Ding, wo ich nämlich einhaken will. In der Aufzählung zum Beispiel ist mir nämlich auch Games Workshop aufgefallen, die dort nämlich auch Mitglied sind in diesem Verband. Und klar, der Verband ist da im Prinzip schon für seine Mitglieder auch da und macht natürlich auch eben diese genannte Arbeit. Aber wenn ich doch da jemanden hätte, der da Ansprechpartner ist, der genau für diese Fragen dann da ist, der dann sagt von wegen so, wie kann man Vereinen gründen und so weiter, der genau auf diese Sachen, die ihr gerade aufgezählt hat, darauf hinweisen würde, so nach dem Motto. Das heißt, wir müssten da ja eigentlich eine Stelle schaffen bei diesem Deutschen Verband der Spielwarenindustrie, der dann die Leute, die die Produkte ja auch von deren Mitglieder kaufen, beziehen teilweise zumindest, dass die dort Unterstützung bekommen. Aber Pivi, mein Vorschlag ist im übertragenen Sinne, wir brauchen eine Gewerkschaft und deine, dein Vorschlag ist, okay, mit dem Arbeitgeber zusammen. Das ist es halt eben gerade nicht. Ja, ich verstehe das, dass du sagst von wegen so, hey, ich will mich da selber gewerkschaftlich, sprich also eigenständig damit irgendwie aufmachen und so. Sind wir da nicht für ein bisschen wenig? Ich stelle jetzt ketzerische Fragen. genau deshalb werfe ich die Frage ja auf, ob wir das, ob wir das, also zwei Sachen. Zum einen, ich finde, dass diese Frage diskussionswürdig ist. Was ich nicht diskussionswürdig finde, ist halt die Antwort, wir brauchen das nicht. Das ist kein Standpunkt, denn man kann ja immer nur für sich selbst sprechen und wenn man für sich selbst spricht, man braucht sowas nicht, dann ist die logische Konsequenz, dann nehme ich daran nicht teil. Okay, aber das sagt nichts darüber aus, ob andere das brauchen. Von daher ist meine Frage nicht, ob Phil, Piwi, Hauke oder Michael das brauchen, sondern meine Frage ist, wenn man so etwas machen würde, wie müsste es sein? Okay, das ist eine andere Frage. Da kann man darüber diskutieren, wie es aussehen könnte. Darüber können wir diskutieren. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, was soll dann, sage ich jetzt mal, unser Dachverband, nennen wir es jetzt einfach mal. Was soll der tun? Ist wirklich der Bedarf da, dass man sagt, ich muss diesen Dachverband haben, weil wir so viele Anfragen haben, wie man ein e.V. gründet, wie man bei Turnieren unterstützen kann? Ist der Bedarf wirklich so da? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Verband beispielsweise dann sich auch darum kümmert, welche Veranstaltungen gibt es auf Bundesebene in den verschiedenen Großstädten, um, wenn es irgendwas Interessantes im Bereich geben sollte, wo Tabletop einen Platz finden könnte, dass dieser Verband dann gezielt die Vereine in der Region anschreibt und sagt, hey, dann und dann ist dort eine Veranstaltung, wir können Platz bekommen, könnt ihr da Demos geben? Könnt ihr Tabletop repräsentieren? wo vielleicht derjenige in dem Tabletop-Verein, der dafür zuständig wäre, das gar nicht mitgekriegt hat? Also man könnte halt viel mehr darüber, ähm, kleine Vereine oder jeden Verein darauf aufmerksam machen, da gibt es Veranstaltungen, ähm, als Dachverband kümmert man sich um die Kontaktaufnahme und dann heißt es, okay, wir schicken da mal, ähm, den und den Verein vorbei, hier haben sie die Kontaktdaten, die klären das alles Weitere vor Ort, aber wir haben schon mal die Tür aufgestoßen und wir haben den Überblick und dass du darüber zum Beispiel dafür sorgst, dass Tabletop viel mehr und breiter wahrgenommen wird und dass es nicht Leute sind, wie zum Beispiel jetzt Dice Dennis, ähm, der auf der Polaris den gesamten Tabletop-Messeauftritt organisiert. Auf jeden Fall, also das wären alles so Sachen, die man super gut machen könnte. Man könnte ja vielleicht, je nach Mitgliederanzahl, sogar so weit gehen, dass man nicht mal, ähm, nur einen Stand auf irgendeiner Veranstaltung organisiert, sondern sogar eine eigene Veranstaltung, ähm, ins Leben rufen könnte, ähm, was wir aber auf gar keinen Fall bei so einem Verband und gerade, wenn wir jetzt wirklich von einem bundesweiten Verband sprechen, definitiv nicht vernachlässigen dürfen, ist ja auch, sag ich mal, der Verwaltungsaufwand, der damit einhergeht. Also ich, ähm, kenne das halt vom Verband für, für die Physiotherapeuten in Deutschland und da sprechen wir auch von mehr als 10.000 Mitgliedern und, ähm, ja, die haben halt ganze Büroräume mit Leuten sitzen, die sich nur um die Verwaltung des Verbandes kümmern halt, ne. Klar, das ist auch wieder ein Wirtschaftsverband, die haben noch andere Möglichkeiten, ähm, mit Mitgliedsbeiträgen und so, also das ist da nochmal ein ganz andere, ganz anderer Maßstab, was die, was die Verfügbarkeit von Geld und so angeht, aber das sind ja auch so Sachen, die man nicht, ähm, ne, wenn so, wenn so ein Verband ins Leben gerufen wird, ist das erstmal ein Verwaltungsakt zuallererst, bevor dieser Verband überhaupt handlungsfähig wird, ne, weil, ne, es fängt an mit der Eintragung als Verein und so weiter und, äh, ja, das, das, das dürfen wir auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen bei dieser Überlegung, denke ich mir so. Naja, wie würde auch die Kostenfrage aussehen, ne? Da würde ich gerne gleich direkt erwidern, äh, wir hätten es ja nicht mit einem Verband zu tun, in dem natürliche Personenmitglieder sind, wo das, wo der einzelne Mensch, der einzelne Spielermitglied ist, sondern ein Verband, ein Dachverband wäre ein Verband, in dem Vereine Mitglieder sind, das heißt, die Anzahl der Mitglieder wäre eher überschaubar, ne, also, es ist eine völlig wirre Schätzung jetzt, ne, ich hab keine Ahnung, ob das stimmt, aber lass das mal 100, 100 Tabletop-Vereine in Deutschland geben. Dann hast du 100 Mitglieder. Das ist ein, das ist ein überschaubarer Verwaltungsaufwand, denke ich halt, ähm. Naja, aber trotzdem muss ihn halt einer machen und, äh, sagen wir mal, du, ja, du, du brauchst dann ja auch ein Gremium, weil in einem Dachverband kann ja nicht nur einer irgendwie regieren und entscheiden. Ähm. Du hast, ja, das muss finanziert werden, beispielsweise dann über die Mitgliedsbeiträge, die dann halt die einzelnen Tabletop-Clubs zahlen. Ähm. Und das wird dann schon, glaube ich, schwierig, weil natürlich auch diese Tabletop-Clubs meistens nie so groß sind, dass sie mal eben ungefähr, sagen wir mal, 100 Euro im Jahr, äh, als Mitgliedsbeitrag so ganz locker überhaben. Ja, aber auch da, da würde ich, würde, würde ich Folgendes erwidern. Ich würde sagen, das ist dann nicht die Kernfrage, ob ein Dachverband sinnvoll ist, sondern die Kernfrage ist dann, ob es genug, genug potenzielle Mitglieder dafür gibt. Es ist die Community, was auch immer das sein soll, diese amorphe Masse halt, die Community, äh, ist die groß genug. Denn wir können ja mal, wenn wir uns umschauen, ähm, dass das Konzept eines Dachverbandes wird ja im Prinzip von jeder anderen Sport Sportart und nicht nur von Sportarten, sondern von jeder anderen Interessengruppe wahrgenommen. Das heißt, es gibt offenbar gute Gründe, warum man das macht und dass das erfolgreich ist. Ähm, warum sollte das fürs Tabletop nicht auch gelten halt? Davon zu unterscheiden ist halt, ob wir schon den Punkt erreicht haben, an dem das sinnvoll ist. Das, das weiß ich nicht halt, ne? Deshalb mein Gesprächsanstoß halt. Naja gut, wenn ich mir angucke, inwieweit jetzt plötzlich das, äh, Pen & Paper Rollenspiel Hobby jetzt so an die Öffentlichkeit gebrodelt ist, allein nur durch, äh, Stranger Things, wo die Jungs da, äh, D&D gespielt haben. Was das plötzlich für ein, für ein, für ein Hype ausgelöst hat, dass man plötzlich irgendwo, äh, in der lokalen Presse hier gelesen hat, äh, was ist eigentlich dieses Dungeons & Dragons auf einmal, ne? Sodass das in das Bewusstsein der Leute reingekommen ist, so, ne? Ähm, und wie viele Leute dann eigentlich mal angefangen haben, sich dem Pen & Paper Hobby zu widmen, zum Beispiel, ähm, bei den Rocket Beans zum Beispiel, ne? Die jetzt angefangen haben, da ihre, ihre Rollenspielrunden natürlich dann ja auch bei, bei denen auf dem Kanal zu zeigen, die, die, die wahnsinnig, ähm, erfolgreich sind, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Critical Role zum Beispiel, die haben's geschafft, bei Amazon eine eigene Serie zu bekommen. Also, wenn man diesen, diesen, diesen Drive hat und dieses, ähm, dieses Feeling auch irgendwie mitkriegt, ich glaube, dann schwimmt man auf einer guten Welle mit. Die sehe ich aber irgendwie nicht wirklich beim, beim, äh, beim Tabletop und, und Wargaming. Na, ich glaube, dass die Popular, Popularität von, äh, jetzt Rollenspielen, das ist ja aus der Popkultur quasi so heraus entstanden. Das ist ja nicht, dass, ähm, durch irgendeinen Verband, äh, der Rollenspieler jetzt mit einmal eine größere Popularität, ähm, eingetreten ist. Sondern das ist halt so ein Phänomen, ähm, was, ja, was man nicht kalkulieren konnte. Und ich glaube, da kannst du ein Dachverband haben oder nicht, das macht da keinen Unterschied. Das passiert einfach. Ähm, aber ich würde erst mal sagen, eine, eine Schwierigkeit wäre nicht herauszufinden, ob es genügend Mitglieder gibt oder jetzt genügend, äh, Tabletop-Clubs, die Mitglieder sein könnten, sondern das Ganze zu finanzieren und Leute für diesen Verband tätig werden zu lassen und deren Zeit auch zu bezahlen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dabei. Ich bin jetzt so selbst nach diesen letzten 20 Minuten bin ich mehr und mehr der Meinung, dass das eine super sinnvolle Einrichtung wäre. Die Frage ist halt eher, wie stellt man das auf die Beine? Wie finanziert man sowas? Ja, und, äh, das passt auch ganz gut zu dem, was ich dazu, äh, einwerfen wollte. Und zwar im Endeffekt beantwortet sich diese Frage ja oder, ähm, wird ja auch die, die Nachfrage dadurch entstehen, dass man, dass wir uns erst mal Gedanken darüber machen müssten, welchen Mehrwert bietet so ein Dachverband konkret? Weil wenn sich diese Frage, wenn diese Frage beantwortet ist, dann wird sich ja ganz automatisch dann entscheiden, ähm, ne, wenn der Mehrwert stimmt, dann werden natürlich alle da mitziehen. So, das ist ja, ist ja irgendwo relativ klar, weil es geht ja darum, ne, irgendwas, äh, zu schaffen damit. Und diesen, dieser Mehrwert müsste im Prinzip am Anfang schon feststehen. Der muss nicht schon da sein als, äh, ne, nicht schon irgendwie materialisiert sein sozusagen. Aber zumindest vor dem geistigen Auge muss so dieser, ähm, egal ob es jetzt ein ideeller Mehrwert ist oder halt auch wirklich ein, ähm, äh, ne, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche deutschlandweiten Regeln einzuführen und sowas meine ich halt, ne. Also wenn es, wenn, 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 wenn diesen, wenn den Tabletop-Club so viel Arbeit abgenommen werden würde durch diesen Dachverband, dass sie halt sagen würden, Mensch, das lohnt sich halt einfach so oder so für uns da teilzuhaben, weil wir dann einfach diesen, äh, diesen, äh, ja, Bundesstandard, äh, quasi übernehmen können, ohne uns selber auch noch Gedanken machen zu müssen, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Hamburger und die, äh, Hannoveraner und die Aschaffenburger, die haben ja alle richtig viel Hirnschmalz und Herzblut in ihre Turnierorganisation gesteckt. Und wenn es da natürlich irgendwie eine Anlaufstelle gäbe, wo man das alles auf ein Silbertablett serviert bekommen könnte, äh, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall für alle Beteiligten ja eine sehr große Hilfe und auch eine sehr große Stütze. Und dann wäre vielleicht auch sowas zu organisieren wie, was weiß ich, Preise für die ersten, zweiten und drittplatzierten und so. Das wären ja alles so Sachen, die könnte ja so ein Dachverband, der, sag ich mal, stellvertretend für alle Clubs in Deutschland an irgendwelche Shops, Hersteller, wie auch immer herantritt, ganz anders, äh, äh, organisieren, sag ich jetzt mal, mit einer ganz anderen Tragweite und auch einem ganz anderen Mehrwert für die, für die, ähm, Sponsoren, sag ich mal, ne? Wenn wir uns zum Beispiel 40k angucken, ne? Warmer 40.000 ist zurzeit absolut im Umbruch. Man kann klar erkennen, dass dort, ähm, eine andere Organisationsstruktur im Großen und Ganzen angestrebt wird. Man erkennt zum Beispiel, dass über Target Priority ja zum Beispiel fast schon ein Bundesliga-Betrieb zurzeit anläuft. Zumindest in seinen Grundzügen. Ähm, wir sehen, dass auf einmal wilde Turniere mit 560 Personen geplant werden. Wir sehen vom Alpin Cup oder vom Baltic Cup, dass Turniere mit wirklich vielen Teilnehmern stattfinden. Das letzte Turnier, das ETC, glaube ich, in Belgien. Alles, alles Riesenveranstaltung und, ähm, meiner Meinung nach würde das davon profitieren, wenn so etwas nicht nur an Einzelpersonen hängt, die jeweils engagiert sind, sondern, ähm, in einem formalisierten, überdauernden Rahmen. Und das sind letztendlich Vereinsstrukturen, die unabhängig von einer Person sind, gefestigt wird. Aber das ist ja das Wunderbare. Wir müssen da heute keine Lösung für finden. Es reicht ja im Prinzip nur einmal drüber nachzudenken. Und wenn ihr nicht noch weitere Gedanken dazu habt, dann würde ich euch noch gerne etwas vorlesen dazu. Ähm, darf, darf ich eben nur kurz einen Gedanken äußern? Ja, klar. Bevor es losgeht. Also ich glaube einfach von wegen, dass ihr, dass, dass ihr denkt, dass diese Szene größer ist, als sie tatsächlich ist. Ich, ich glaube nicht daran von wegen so, ähm, dass, 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 dass ein, ein Verein diesem, diesem Dachverband beitreten würde und sagen würde von wegen, jetzt machen wir meine Arbeit. Weil dann heißt es nachher wieder von wegen, ja, der Dachverband schreibt uns das vor. Versteht ihr, was ich meine? Das, äh, ich, ich glaube nicht, dass das, dass das so viel, so viel Fleisch an der Kuh ist, dass, dass das nötig wäre, um damit die ganzen Vereine quasi zu ernähren. Ich glaube es nicht. Ich, ich, ich gehe, ganz ehrlich, ich, ich, ich finde das toll. Ich finde, ich finde die Idee, finde ich, hat, die hat was. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist einfach so, dass, was Michael Mingers zum Beispiel mal sagte, ähm, wenn ihm da Leute anschreiben und sagen, ihr müsst mal ein Buch für DSA machen, was sich, äh, äh, nur um den Kosch dreht. Macht, macht das. Da gibt's so viele Abnehmer gibt es dafür. Ihr könnt euch veraufträgen, könnt ihr euch nicht retten. Und wenn man dann mal so wirklich fragt und mal so guckt von wegen so, ja, wie viel müsste man dann drucken? Wie viel müssten die Leute abnehmen? Äh, ja, interessiert vielleicht nur dann irgendwie zehn Prozent von den ganzen Leuten, die dann halt im Shop vielleicht was kaufen. Lohnt sich also nicht. Ja, man müsste auf jeden Fall definieren, was wären die Aufgaben, äh, von diesem Dachverband. Also was würde wirklich Sinn machen, zumindest jetzt für den Anfang. Weil, also wenn jetzt ein Turnier mit zehn Leuten stattfindet, ne, ähm, was jetzt so, sag ich mal, eine Standard-Turniergröße wäre oder vielleicht 20 Leuten, ähm, wenn dann ein Händler angeschrieben wird, ähm, kannst du uns nicht Preise sponsern von 100 Euro, 150, 200 Euro. Dann guckt sich halt der Händler an, hm, wie groß ist die Werbewirkung? Ja, 20 Leute. Hm, okay, ja, das ist mir nicht 200 Euro wert. Oder auch nicht 100 Euro. Warte mal, da muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen, weil das geht an meiner Idee ja komplett vorbei. Das ist ja der Fall, wie er jetzt gerade ist, den du beschrieben hast. So läuft es jetzt gerade. Ich meine ja, dass man dann eher so sagen kann, okay, ihr sponsert jetzt, was weiß ich, 20 Turniere gleichzeitig in ganz Deutschland verteilt, wo dann halt, äh, ne, was weiß ich, wie viel 100 Leute, äh, aufmerksam werden auf euch. Darum ging's mir ja eher, ne? Sondern, dass man das wirklich, dass man das ermöglicht, dass, 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 dass das, äh, viel größer gefächert alles stattfinden kann, als so wie es jetzt ist, ähm, ne, hier, äh, die Leute, die das Hannover-2-Turnier organisiert haben, äh, sind ja auch, äh, hier zum, ähm, zu unserem lokalen Shop hier in Hannover gegangen und haben da quasi gefragt, so, hey, äh, wollt ihr irgendwie Preise sponsern? Und dann haben die gesagt, ja, cool, machen wir. Und, ähm, das, das wäre dann halt auch möglich, dass die dann, was weiß ich, äh, ne, äh, das im großen Stil für ganz Deutschland für eine Turnierserie oder so machen könnten. Was dann halt einen viel größeren Impact hätte. So war die Idee. Ja, schon verständlich, aber überleg mal, äh, wie viel Turniere macht man dann halt in Deutschland? Wie, wie oft soll der, soll der Dachverband dann auf den gleichen Händler drauf zugehen und sagen, okay, alles klar, so, wir haben jetzt 20 Turniere für dich, äh, ähm, ne, äh, schick mal was rüber, so nach dem Motto. Ähm, und dann kommt der wieder hin und irgendwann sagt der Händler von wegen, ey, Leute, ich hab euch da grad schon, äh, keine Ahnung, ähm, Warenwert von x Euro, Betrag bitte hier einfügen, äh, übersendet und, äh, ne, so. Also, ich sehe meine, meine Werbewirksamkeit irgendwie überhaupt nicht, dass der Return wiederkommt, so nach dem Motto. Äh, ich, hm, weiß ich nicht, Digga. Ich glaube, das ist jetzt auch ein zu kleinteiliges Beispiel. Also, das, ne, geht ja quasi jetzt um Turniere und Preise um, um Turniere irgendwie attraktiver zu machen. Ähm, ich glaube, das kann natürlich eine Aufgabe des Dachverbandes sein, aber das sollte nicht die, ja, die primäre Aufgabe sein. So, und das, das müsste man sich wirklich überlegen, was könnte ein kleiner Dachverband von einer kleinen Anzahl von erstmal Tabletop-Clubs, ähm, was wäre da sinnvoll, was könnte der leisten, wie viele Leute bräuchte man dafür, wie viele, ähm, Stunden im Monat müssten dafür aufgewendet werden und was ist das Ziel oder was wären die Ziele dieses Dachverbandes. Also, Wachstum, ähm, mehr Tabletop-Clubs, mehr Tabletop in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, ähm, und ich sage mal, selbst so was Simples, wie beispielsweise eine Website, was ist Tabletop? Also, wenn du die Frage auf Google eingibst, dann findest du Artikel, aber du findest keine Webseite. Ja, genau, das ist das, was Dennis ja immer macht, ne, so von wegen hier, wenn du wissen willst, was Tabletop ist, dann klick mal hier oben rein, ne, ähm, genau das, genau das meine ich. Also, ich glaube eher so diese, ähm, diese Metafragen sind, glaube ich, dann eher für den, für den Dachverband, glaube ich, eher von, von Wichtigkeit, ähm, dieses Hobby dann auch, äh, über die, die nächste, die nächste Generation quasi, äh, äh, weiterzutragen. Ja, und ich glaube, das, das ist ein Problem im Prinzip von einem Großteil dieser ganzen Industrie momentan, weil wir einfach so viele kleine, Kleinstfirmen auch haben, die nur aus ein paar Leuten bestehen und die alle gerade eher so denken, okay, die Leute, die jetzt schon Tabletop spielen durch Games Workshop, die versuchen wir so ein bisschen abzugreifen. Und das siehst du daran, dass es keine Starterboxen gibt, die, oder kaum Starterboxen gibt, die so ausgestattet sind, dass du da halt wirklich von Null mit dem Inhalt aus der Starterbox wirklich komplett ausgestattet bist und, und, und glücklich wirst. So richtig gute Starterboxen, das macht halt Games Workshop oder vielleicht auch, ähm, ja, sowas wie Star Wars Shatterpoint, also, ne, das sind die großen Firmen, die dann auch die Erfahrung haben und die schaffen es dann eventuell auch, neue Leute ins Hobby zu holen. Games Workshop verbreitet ihre kleinen Minispiele für 30, 40 Euro, äh, die abgespeckten Versionen von Blood Bowl, von Warcry und so weiter als, ja, Spielchen bei Thalia und bei Müller und da nimmt es dann halt mal die Mama mit, so, für ihren Sohnemann. Aber Moonstone kriegst du in keinem Shop, also jedenfalls, äh, ja, wenn es ein Tabletop-Shop ist, aber... Das kriegst du nicht bei Edeka Müller, ne? Das ist... Genau, oder du, Summoners kriegst du quasi auch nur auf Bestellung. So, Freebooters Fade, äh, musst du auch im Internet bestellen. Also, das, das sind halt alles dann schon so, das musst du wissen, um es kaufen zu können. Mhm. Und bei, bei Games Workshop quasi wirst du durch die Läden in einer guten Fußgängerzonen-Lage wirst du drauf gestoßen und denkst du, hm, okay, guck ich mal rein, ne? Ähm, du hast die, die Spiele bei Thalia und Müller stehen. Ähm, oder vielleicht auch das eine oder andere im Saturn hab ich letztens auch, ähm, Star Wars Legion gesehen. Aber das wird dann halt schon schwierig mit anderen Firmen. Und... Aber was du gerade sagtest, Michi, dieses, äh, diese Gewäß-Stores halt in einer guten Innenstadt-Lage, ne? Also, ähm, ich komm ja durchaus öfter mal rum und, ähm, ganz ehrlich, ich bin noch bei keinem Games Workshop vorbeigekommen, wo ich wirklich sage, von wegen so, der liegt perfekt. Der liegt, also ganz ehrlich, die meisten Games Workshops, wo ich gewesen bin, das waren irgendwelche, äh, Seitenstraßen, das waren irgendwelche teilweise heruntergekommenen Bauten, wo die unten drunter ihr Ladenlokal hatten. Ähm, ich hab noch keinen wirklich coolen GW gefunden, der zum Beispiel, äh, mitten auf der Hohenstraße in Köln direkt in der Innenstadt neben Snipes und neben, keine Ahnung, wie, äh, Pick und Kloppenburg, sag ich jetzt mal, direkt dort seinen, seinen, seinen Store hat, wo jeden Tag irgendwie, äh, gefühlt 10.000 Leute langlaufen. Also, ich kenne ehrlich gesagt nur den in Hamburg. Und der liegt, ja, zwar in einer kleinen, äh, Seitenstraße, aber auch gar nicht mal so klein, aber es, es ist, äh, Jungfernstieg, also das ist eigentlich beste, teuerste Gegend mit. Es ist nicht die ganz teure, aber ich sag mal, wenn du bei dem Games Workshop Laden rausgehst, dich nach rechts drehst, äh, dann kannst du den fetten Apple Store sehen. Okay. Also Gegenbeispiel hier aus Osnabrück zum, äh, jetzt hier so zum nennen. Ähm, du gehst in Osnabrück, gehst du durch die Innenstadt und so weiter. Wenn du nicht wüsstest, dass du dort abbiegen musst, ähm, dann kommt am Ende der Straße, kommt auf der rechten Seite ein Warhammer Store. Ähm, da ist aber nichts mehr. Das ist quasi wie so ne, wie so ne tote Sackgasse ist das da hinten. Also, da verlieren sich wirklich nur die Leute, die auch wirklich wissen, dass dieser Store da hinten ist. Ja, und ich sag mal so, hier in Hannover, ich weiß nicht, äh, wem das ein Begriff ist, aber hier ist der Games Workshop direkt am Steintor, also. Mhm. Das klingt erst mal wichtig. Das klingt erst mal wichtig und groß und schwer. Ja, also, äh, das ist so, ähm, sag ich mal, ähm, das, ein ganz besonderes Viertel. Oh, das klingt jetzt positiv oder negativ? Ja, mehr will ich dazu nicht sagen, das ist gefährlich. Okay, okay, okay. Wenn du, wenn du morgens um vier besorfen aus der Sansibar kommst, dann kannst du noch ein bisschen bei GW in Schaufenster gucken halt. Okay, alles klar. Ich werde mir das mal bei Google Maps angucken, aber es ist generell ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber Hauke, du wolltest uns noch irgendwas vorlesen jetzt gerade. Genau, ich, jetzt hab ich noch einen Punkt und zwar, ähm, die, die, aus, aus meiner Sicht ist, ist der wichtigste Gesichtspunkt, der für ein Dachverband spricht, dass ein Dachverband es einem erlaubt, ein Ligabetrieb zu haben. Und das bedeutet nicht weniger, als dass wir vom Einzelspieler beim Turnier zum Mannschaftsspielen in regionaler Ebene umsteigen. Es wäre halt so, dass es in einem formalisierten Rahmen im ganzen Bundesgebiet möglich wäre, dass man zum Beispiel nicht mehr immer irgendwie nach Hannover fährt und alleine spielt, sondern dass dann die Dysonauts antreten gegen Armageddon Kiel in der Bezirksliga Nord und im nächsten Spiel gegen die Freibeuter Hamburg, gegen die Gelegenheitswürfler aus Hildesheim, gegen den 3TH Mannschaft 4. Das wäre alles möglich. Und dann würden die Besten aus Norddeutschland gegen die Besten aus Süddeutschland oder Ostdeutschland antreten. Und das Ganze in einem Ligabetrieb im Prinzip von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Und das wäre wirklich cool. Und wie gesagt, wir sehen, dass es bei 40K gerade diese Bestrebung gibt, das zu machen. Und es gibt gar keinen Grund, das nur bei 40K zu machen. Es gibt auch viele andere Spiele, bei denen das möglich wäre. Und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die eigentlich im Interesse aller sein sollte. Okay, wenn da jetzt nicht so jemand direkt darauf erwidern möchte oder Ergänzungen möchte, würde ich das andere vorlesen. Bitte. Okay, also. Mich würde jedenfalls freuen, wenn alle anderen diesen Gedanken aufgreifen, dass man mit ihren Kumpels oder Kumbelinen oder so einfach mal erörtern und sagen, macht das Sinn oder nicht. Oder wenn irgendwie ein Diskurs innerhalb der wie auch immer amorphen Community stattfinden würde. Ich hatte jedenfalls Michael im Vorfeld halt meinen Gedanken schon geschrieben, damit er sich auch schon mal ein bisschen Gedanken machen kann, worüber wir heute sprechen. Und Michael hat mir schön geantwortet und er schrieb halt im Hinblick auf den Namen, DBTV, DBFTV, DBFTV. Ich kaufe ein Vokal. Das klang ja gerade wie ein Song von den Fanta 4. Ja. Aber wenn ich noch was vorschlagen darf, ich würde sagen, deutsches Tabletop-Bündnis. Aber gut. Das wäre DTB, wie der deutsche Turnerbund oder der deutsche Tennisbund. Aber egal. Kriegen wir dann auch so kurze Röcke, mit der wir dann am Tisch stehen? Aus Sicherheitsgründen kriegen du und ich das nicht. Aber ansonsten. Boah, Alter, das war diplomatisch von dir. Ganz ehrlich, da bringe ich dir Bier für mit. Also da schreibe ich mir jetzt auf. Hauke Bier. Das war sehr diplomatisch. Phil, das sagt jetzt viel über uns aus. Ah, ihr seid so nett. So, Hauke, was hast du denn da jetzt? Also ich bin mit meiner schweren Kost durch für heute. Ach, das wolltest du nur vorlesen. Ach so. Ja, ja, ja. Dann kann ich ja jetzt vielleicht mit meinem kleinen Teaser einsteigen. Alles klar. Phil, komm her. Du hast uns schon angeteasert. Du hast ein kleines Thema, so nach dem Motto. Ich würde mal sagen, hau raus. Ja, also ich habe ein kleines Thema, was auch noch groß werden wird. Das klingt schon wieder so verkehrt. Ich wollte es nur in dieser Folge heute schon mal gebären, sozusagen. Gott, ich gehe jetzt nicht. Ihr bleibt hier. Ich fliege jetzt alleine auf die Station, ey. Das klingt jetzt nach Nachwuchs. Glückwunsch. Also ich sage mal so, alle, die wissen, was am 24. und 25. Februar 2024 stattfindet, können sich freuen, dass wir da auch am Start sein werden. Und wie und was genau da stattfinden wird, dazu wird es auf jeden Fall nochmal eine Extra-Folge geben. Also seid gespannt. So, und für alle, die jetzt noch Rätsel raten, können ja mal im Internet nachschauen unter www.hamburger-taktika.de. Genau. Ja, ja, ja. Doch dazu später mehr. Ich habe auch noch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar geht es darum, ich habe mit dem lieben André, mit dem ich schon lange, lange befreundet bin und schon lange, lange Tabletop spiele, haben wir angefangen, Alpha-Strike zu spielen. Battletech Alpha-Strike. Wir haben uns mal die Box geholt und wir haben hier so ein paar Mechs einfach mal uns bemalt und alles war schicky. Und dann haben wir uns getroffen und haben Alpha-Strike gespielt. Und das war das, was ich in der letzten Folge euch eigentlich schon erzählen wollte. Und wir haben das erste Spiel gemacht aus dieser Box. Und das war ein sehr, sehr interessantes, lustiges, schnelles Spiel, wie man Battletech vorher sonst noch nicht gespielt hat. Also ich zumindest noch nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe da so einen leichten Hook drauf gekriegt, dass ich mit André jetzt halt auch relativ versuche, regelmäßig dann auch Battletech zu spielen, sprich Alpha-Strike. Weil man hat viele Mechs auf dem Tisch stehen und über die Karten, was die Mechs können, ist es relativ einfach dann halt auch zu gucken von wegen so, wie weit kann der Mech schießen, wie weit kann er sich bewegen etc. Und es bietet sehr viele taktische Geschichten da einfach mit drin, weil es ist sehr wichtig von wegen so, wie man quasi seine Mechs halt auch zieht, damit sie auch in der perfekten Schussreichweite sind. Weil wir haben drei Reichweitenbänder im Prinzip, mit denen wir dann halt auch spielen. Dann geht es darum, von wegen wie viel Hitze hat ein Mech danach abbekommen und so. Es war wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und wir treffen uns jetzt nächste Woche, Freitag treffen wir uns und werden dann die nächste Geschichte dort spielen, aus dem Einsteigerheft. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also alle Leute, die schon mal Battletech gespielt haben und noch nicht Alpha-Striker gespielt haben, das sollten sie wirklich mal ausprobieren. Denn das ist wirklich eine neue Erfahrung, wie man schnell Battletech spielen kann. Ich weiß nicht, Michi, du wahrscheinlich, Battletech eher so, nicht so wahrscheinlich, ne? Nicht so wahrscheinlich, ja, ganz bestimmt. Also ich habe Battletech bislang immer nur beobachtet, aber niemals aus der Nähe und auch, ja, habe es entsprechend nie gespielt. Und Alpha-Strike ist jetzt simpler als Einsteiger-Variante oder was ist Alpha-Strike? Also sorry, wenn ich da so blöd trage. Ne, ist relativ einfach. Also das normale Battletech ist halt, dass du eine Karte hast, auf der Hexfelder markiert sind. Und es hat so einen, ich will nicht sagen, so einen Brettspielcharakter, aber du ziehst halt deine Mechs halt über diese Hexfelder rüber. Und diese Hexfelder haben verschiedene Höhenlevel zum Beispiel, die dir nachher Vor- oder Nachteile bringen, je nachdem, wie du da stehst und so weiter. Und wie weit so ein Mechs schießen kann, wird dann halt über diese Hexfelder auch dementsprechend ermittelt. Und also so ein bisschen mehr so in die Brettspielgeschichte rein und auch so ein bisschen mehr in die Sache Simulation, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also auf wie viele Tabellen man bei Battletech normal würfeln kann, das ist abgefahren. Also so viele Tabellen habt ihr bestimmt in einem Spiel noch nie gesehen, worauf man würfeln könnte. Und Alpha Strike ist genau, sag ich jetzt mal, so ein bisschen so dieses Gegenteil. Das geht mehr so in unsere Geschichte rein, also mehr in diese Tabletop-Sache. Das heißt also, die Mechs können frei über das 3D-Feld gezogen werden. Und wir haben keine festgelegten Hexfelder mehr, wo wir uns drin bewegen. Und Deckung ist ein bisschen anders. Und ja, eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich bin froh, dass ich das den Jungs dann, wenn sie dann hier sind, ein bisschen zeigen darf. Also von daher, ich weiß, dass ich die nicht großartig damit andocken werde und anfixen werde. Aber ich finde von wegen, man darf das ruhig mal als Horizonterweiterung nutzen. Und wie viele Mechs kontrollierst du so in dem Spiel? Also, weil das klingt ja relativ aufwendig, wenn du sagst, so viele Tabellen und simulationslastig. Dann sind es ja wahrscheinlich eher nur so zwei, drei, vier Modelle. Ja, ja. So ein normales Battle-Tech-Spiel hast du, glaube ich, vier Mechs. Hauke, wenn du wieder da sein solltest, korrigiere mich. Ich glaube, da läuft gerade ein schweres Missverständnis. PV spricht von dem sogenannten Classic-Battle-Tech. Und Alpha-Strike ist das krasse Gegenteil. Alles, was an großen Einzelwerten bei Classic-Battle-Tech genommen wird, wird eingedampft auf einen anderen Wert. Und bei Alpha-Strike hast du Figuren, die haben die Lebensdauer eines normalen Infanteristen bei einem Scrimmacher. Das macht gar keinen Unterschied. Das ist jetzt keine komplexe Maschine, sondern die Werte dieses Battle-Tech und Battle-Max sind so runtergedampft, dass du im Prinzip wie in einem Scrimmacher spielst. Und das ist derartig vereinfacht, dass es zügig von der Hand geht, im Gegensatz zum Classic-Battle-Tech. Das stimmt. Da gebe ich dir ein. Aber im normalen Battle-Tech hast du halt vier oder fünf Mechs hast du normalerweise. Da stehen auf diesem Spielfeld mit den Hexfeldern, die du da durch die Gegend ziehst. Und bei dem Alpha-Strike hast du halt, lass mich jetzt lügen, ich glaube, zwölf bis vierzehn Mechs da irgendwie rumlaufen. Du kannst auch mehr spielen. Du kannst auch, keine Ahnung, wie viele Mechs da auf dem Tisch ballern. Okay. Also sehr schön. Ich freue mich drauf, dass ich, wie gesagt, das den Jungs zeigen kann. Und wollen wir mal gucken. Also von daher einfach mal so ein bisschen so was Neues reinschnuppern. Ja, genau so wie wir das gemacht haben, als wir uns bei Hauke getroffen haben, dass man einfach mal in so ein paar andere Sachen einfach mal reinschnuppert. Ja, und ich denke, wir sollten uns da gar nicht so leicht geschlagen geben. Ich glaube, bei nixer Gelegenheit zeigen wir Michael einfach mal Alpha-Strike. Also mehr als das Scheiße finden kann er ja nicht. Und vielleicht finde er es ja auch gut. Das wollte ich. Hast du gehört, Michael? Ja, ich bringe das Gelände mit. Darfst du nicht Scheiße finden? Keine Sorge, ich glaube, das wird nicht passieren. Und ich bringe Gelände mit, weil dann kann ich es da lassen. Ich habe ja keinen Platz mehr. Hauke, wir spielen mal dir. Alles klar. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also wenn von uns vier Personen drei das Spielen gut gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dem vierten dann auch an sich irgendwie zuspricht, relativ hoch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir etwas total super finden und Michael das richtig ätzend. Also so verschieden, glaube ich, sind wir da alle nicht gestrickt. Nein, ich glaube, das Grundproblem ist einfach zu viele geile Spiele und zu wenig Zeit. Ah, endlich spricht es meiner aus, genau. Genau das ist das. Genau das ist das. So, früher hatten wir Zeit, aber kein Geld. Und heute haben wir Geld, aber keine Zeit. Deswegen war früher nicht alles besser. Ach komm, das war schon irgendwie cool, wenn du dann einfach, keine Ahnung, irgendwie eine Tupperdose einfach hingestellt hast und hast gesagt, von wegen, das ist jetzt ein Berg. Ja, du hast, genau wie du sagst, irgendwie was an Gelände genommen oder du hast ja keinen Kopf drum gemacht um eine Hausregel. Du bist nicht losgezogen. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Turnier? Was für eine Liste muss ich machen? Sondern du hast einfach mehr Spaß gehabt und mehr gespielt. Und alles war ein bisschen unbeschwerter. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Begleiterscheinung beim Älterwerden, aber vielleicht auch durch die Zeit, dass du dich einfach durch das Internet so viel mehr austauschen und so viel mehr auch mit anderen Leuten vergleichen kannst. Im positiven wie im negativen Sinne. Also es ist ja nicht alles schlecht durch das Internet geworden. Aber wenn du halt beispielsweise immer nur primär geile Bilder von irgendwie geile bemalten Miniaturen siehst, demotiviert dich das vielleicht eher bei einem neuen Projekt, als dass es dich unbedingt motiviert. Das ist wirklich. Und ja, wenn, ja, keine Ahnung, also müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich würde auch gerne, so wie hier Bier und Brezel, Tobi, eigentlich jede Woche ein neues Spielsystem ausprobieren. Aber die Zeit habe ich nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich glaube, so von allen Hobbyaspekten, die es so gibt, ist so Regel lesen und Regeln dann irgendwie auch wirklich verinnerlichen und verstehen. Das kommt für mich, glaube ich, mit an letzter Stelle. Also ich spiele total gerne, ich lasse mir dann gerne Sachen erklären und sage auch, nee, komm, passt schon. Wir machen das jetzt erst mal so, das muss nicht ganz genau sein. Hauptsache, wir lernen das Spiel jetzt erst mal kennen und haben Spaß. Aber wenn ich so ein Regelbuch hier erst mal vor mir habe, denke ich so, okay, 20 Seiten, 30 Seiten lesen, verstehen, ausprobieren, überlegen, wie könnte das gemeint sein? Wenn es nicht ganz klar formuliert ist, dann so, ach nee, ich baue doch lieber Gelände. Ey, komm, dafür haben wir das aber ganz, ganz super erklärt. Also, äh, ne? Ja, das ist ja auch ein einfaches Spiel. Also, das, was du halt wissen musst, ergibt sich oder steht auf den Karten. Das sind die Fähigkeiten der Figuren und die Grundmechaniken bei Summoners, die sind halt wirklich einfach. Und wenn ich mal irgendwas nachschlagen muss, tatsächlich im Regelbuch, dann ist das meistens immer ein und dasselbe. Ah, wie war das nochmal mit der Lösenprobe, wenn du im Nachkampf bist und du willst da rausgehen? Welche Modifikatoren gibt das? So, weil du das einfach nur gefühlt alle zwei, drei Spiele einmal benutzt. Mhm. Und das muss ich nachschlagen. Ja. Okay, jetzt ist Battletech natürlich ein anderer Maßstab, als wir, ähm, dann sonst ja auch vielleicht dann irgendwie basteln, bauen oder sonstigen Geschichten. Ähm, Michael, nächste Frage für dich. Bob, der Mechmeister, schreibt, äh, hat Michael geplant, auch mal andere Maßstäbe als 28 bis 32 Millimeter zu bauen? Gerade, äh, bei Epic kommt ja eventuell Fahrt in das Thema auf. Ja, da sind wir im Prinzip wieder bei der Antwort, die ich schon gegeben habe. Ich baue ja Primärsachen für mich und, ähm, dadurch, dass ich momentan keinen, ja, großartig anderen Maßstab spiele, als so 28, 32 Millimeter, vielleicht nochmal 38 Millimeter mit, äh, Star Wars Shatterpoint jetzt, ähm, ja, ist so für 10 oder 15 Millimeter momentan nix geplant bei mir, also auf dem Kanal. Ja, okay, Hauke, hast du gehört? Dann, äh, spielen wir mal irgendwie, keine Ahnung, Raumflotte Gothic und ein bisschen Epic mit Michael und dann kriegen wir auch dann ein Video, wie man, äh, kleines Gelände gebaut. Wobei, ich hab schon mal Asteroiden für X-Wing gebastelt. Ich weiß nicht, was das für ein Maßstab ist, aber... Ja, auf jeden Fall ein anderer. Genau, genau. Aber, aber das, da, da könnte man auch jetzt tatsächlich, leider einfach, weil es so gut passt, schon gleich die nächste Frage anschließen. Und zwar von dem lieben Michi vom Würfelorden. Ähm, der, der hat auch eine Frage an dich, Michael, und zwar, ähm, welches Geländestück hattest du schon oft im Kopf, aber hast es noch nie umgesetzt? Gibt es das bei dir überhaupt? Ja, das ist so quasi meine Nemesis. Ah, jetzt kommt's. Ja? Ähm, ich hab ja so im Bereich Tabletop, Geländebau angefangen zu Zeiten der Herr-der-Ringe-Ära von Games Workshop, also als die Boxen oder die Miniaturen anfangen. Und da hatte ich in einem der Games Workshop-Bücher so eine Kurzanleitung, wie man die Wetterspitze nachbaut. Und das war so mein erstes größeres Projekt. Und das hat ewig gedauert. Ich hab, ähm, total kleinteilig mit einem Bastelmesser, ähm, Hartschaumstücke zugeschnitten und alles ganz aufwendig, alles zusammengeklebt. Das war riesengroß, es war total schön. Und, ähm, dann hieß es halt so, ja, Bemalung, äh, schwarz und dann irgendwie Trockenbürsten so. Und dann dachte ich, Mensch, ich hab hier doch noch diese schwarze Spraydose. Ja, und, ähm, die Sprayfarbe hat natürlich den Hartschaum verätzt. Das hat, ähm, scheiße ausgesehen danach. Also richtig schön verätzt. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt hab, das kommt jetzt beiseite. Ich hab's dann nachher an die, ähm, HTL-World-Jungs, äh, verschenkt. Die haben's dann auf Turnieren, glaub ich, noch eingesetzt. Ich hab's nie, äh, wieder gesehen, also auch nicht auf Fotos oder so. Also jetzt nicht, dass es dann schlecht aussah. Äh, ich glaub, irgendjemand hat sich dem dann noch angenommen und das dann alles irgendwie kaschiert. Aber mich hatte das so frustriert, ähm, dass ich gesagt hab, irgendwann baue ich's nochmal nach. Und, ja, das werde ich auch irgendwann nochmal machen. Aber dann so im Bereich von, erstmal werde ich, äh, Ziegel zurechtschneiden, werde die abgießen, dass ich das dann aus einzelnen Stevalin-Ziegeln mir dann, äh, zusammenbastel. Und, äh, es wird sehr aufwendig werden, aber das muss einfach passieren, damit ich dieses Trauma loswerde. Dieses Trauma. Ja, aber so viel auch nochmal zu viel schlägen. Ja, aber das find ich grade einfach nur richtig, richtig, richtig cool. Ähm, weil der Michi vom Würfelorden ist ein totaler Herr der Ringe, Experte, Megafan, Crack, würd ich sagen. Und das passt grade einfach so gut, dass er diese Frage gestellt hat und dass deine Antwort einfach auch ein Herr der Ringe Stück ist. Das ist einfach grade, äh, ja, passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das war bemerkenswert. Total liebe Grüße, Michi da draußen, ne? Also von daher, ne? Also unglaublich. Ja, echt. Ja, total netter Typ. Wir haben uns auch mal in Wien getroffen. Ach, cool. Da war ich in Wien und haben uns dann verabredet, waren zusammen Kaffee trinken und so. Total nett. Ja, mega, super, super geil. Ähm, wir haben dann noch eine Frage, äh, die ich da so gefunden habe und die kommt vom, äh, Zinnsoldaten. Ob du schon mal ein historisches Bauwerk für deinen Spieltisch gebaut hast? Oder ob das vielleicht auch mal in Videoformen geht oder irgendwie sowas? Er schlägt zum Beispiel die Dunkerkirche vor. Also so jetzt explizit irgendetwas nachgebaut, was es eins zu eins irgendwo in Deutschland oder auf der Welt gibt, ähm, das habe ich noch nicht. Ähm, inspiriert mal das ein oder andere, was ich mal so fotografiert hatte, ähm, wenn ich irgendwo im Urlaub war und dann gesagt habe, ja, das baue ich irgendwie nach, das schon. Aber so eins zu eins ein reales oder ein historisches Gebäude, nee, habe ich noch nicht. Und ich glaube, wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwie eine coole Burg sein. Mhm. Ähm. Wobei so aktuell, ähm, ich gucke gerade die Serie Castlevania auf Netflix und da reizt mich einfach dieses Castlevania-Schloss. Ah, das ist super, ne? Weil das sieht einfach so herrlich abgedreht aus und es wäre halt so eine 90x90 oder 120x120 Spielplatte, die da nur der Sockel ist und dann geht das Ding zwei Meter bis zur Decke. Ähm, das wäre schon cool, ja. Es wäre ein Hingucker auf der Taktika. Ah, das? Und ich glaube, es wären Videos bis auf jeden Fall, sagen wir, 31.12.23. Ja, aber es wird dazu, glaube ich, höchstens dann ein, äh, so das Ding ist fertig Video geben. Okay. Weil die einzelnen Bastelschritte, das wäre dann doch zu episch und zu, zu langwierig. Also, es müssen auch manchmal Sachen abseits der Kamera entstehen. Also, das muss ich einfach machen, weil, ähm, jedes Mal, wenn ich natürlich für den Kanal irgendwas bastle, dann überlege ich mir, hm, wie muss ich was zeigen, äh, was muss ich, ähm, wie muss ich es überhaupt bauen, was lasse ich weg, weil es vielleicht zu kompliziert ist, zu aufwendig, um das zu erklären. Oder auch, ähm, vielleicht bestimmte Leute ausklammert, die eben noch nicht zu erfahren sind, die dann sagen, nee, das, das packe ich so nicht, ne, es soll ja möglichst jedermann nachbauen können. Mhm. Und all diese Gedanken mache ich mir natürlich. Und ich kann ja auch nicht dann so am Basteltisch, äh, bequem sitzen unbedingt, sondern, ne, die Kamera steht da, ich muss dann immer drauf achten, dass alles im Bild, ähm, richtig gut zu sehen ist. Und wenn ich nur mal für mich dann bastle, dann muss ich mir um diese ganzen Sachen keinen Kopf machen. Dann bin ich halt wirklich nur für mich, dann male ich, bastle und das muss einfach auch ab und zu sein. Also, dass es dann, ja, damit es auch noch Hobby bleibt, das Hobby. Ja, sehr geil. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz zu nehmen, aber, ähm, das ist jetzt ein anderes Ding. Hauke, breit ist auch... Schick ein Grundriss. Schick ein Grundriss. Das auf jeden Fall. Aber Hauke, breit ist auch das nächste Thema. Du hast nämlich auch, äh, quasi uns die Warhammer-Miniatur vom diesjährigen Warhammer-Day rausgeholt. Und jetzt bin ich gespannt, warum du das mit draufgenommen hast. Okay. Das war echt eine sehr passende Überleitung. Der ist der König der Überleitung heute. Ah, ich hab einfach Bock heute, das ist richtig geil heute mit euch. Habt ihr alle die, die, die Warhammer, also die, ne, es, es droht ja da Feiertag, Warhammer-Day, ne? Also, Games Workshop hat den Warhammer-Day erfunden. Und, äh, kennt ihr die Figur, die da an diesem Tag, diese Sonderfigur, die an dem Tag, äh, die für diesen Tag erschaffen wurde? Gut, Phil ist im Boot. Pivi, hast du die vor Augen? Äh, ist das, ist das die, die, äh, die Zwergin hier, oder bin ich da jetzt irgendwie falsch? Ob das jetzt Zwergin ist, weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nur, es ist kein Space Marine-Arge. Ein, ein, ein Hero-Champion meinst du, also quasi, ne? So, ja. Ja, 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 das, äh, dann bin ich auf der richtigen Seite auf jeden Fall, ja. Michael, hast du die auch vor Augen? Ich weiß nur, dass es kein Space Marine ist, aber, äh, Modell, ich, äh, such mal parallel, erzähl weiter, ich find's gleich im Netz. Also, ähm, wir, wir müssen uns mal vor Augen führen, zu was Games Workshop eigentlich in der Lage ist, ne? Und zwar, alles total super, dass ihr gerade die Figur rausgesucht habt, ihr müsst ja halt einen anderen Reiter aufmachen und die nächste Figur suchen. Und zwar, guckt euch bitte mal bei Games Workshop auf der Internetseite Warhammer 40.000, Imperiale Armee, die Warhammer Plus 3-Jahres-Premienfigur an, Astra Militarum, der Unbeugsame. Oh, warte mal, jetzt hast du hier, äh, Astra, Upsala, Militarum, der Unbeugsame. Ja. Das ist ein Kasachin der Kardianer. Ah, da. Diese Figur ist einer Zeichnung nach Empfunden, die im Frühjahr im Kodex Imperiale Armee drin war. Mhm. Mhm. Ne? Das ist mit Abstand eine der besten Figuren, die ich jemals bei Games Workshop gesehen hab. Diese Figur erzählt Geschichten von hier bis Meppen und noch viel weiter. Also wirklich, ne? Also, aus meiner Sicht, Phil, was sagst du? Ja, das ist das quasi, was Warhammer 40k verkörpert, würde ich sagen, diese Figur irgendwie. Also die, die passt einfach wie die Faust aufs Auge. Genau. Sie, sie, sie erzählt eine Geschichte, äh, das ist interessant, das ist mega. Es gibt auch eine Prämienfigur zu Age of Sigmar. Das ist ein, ich glaub, Isabella Karstein. Äh, anderes Thema, aber die Figur ist qualitativ genau gleichwertig. Ist unglaublich gut. Das ist das, was Games Workshop kann. Und wenn ich mir jetzt die, die Sting da anguck, die Figur, die zum Warhammer Tag kommt, da frage ich mich, was, was soll denn das sein? Was, was, was haben die sich da gedacht? Ähm, um mit dem Held der Steine zu sprechen, fast ganz gut, aber eigentlich hauptsächlich schlecht. Diese Figur, äh, hat nix. Die hat kein, also aus meiner Sicht fehlt der komplett Charakter, weil sie nämlich aus abstrakten Formen besteht. Sie erzählt keine Geschichte. Man sieht dann auch nicht mal das Gesicht der Figur. Komplett. Ich kann für meinen Teil nicht erkennen, ob das eine Zwergin ist oder nicht. Ich finde, dass sie, dass, dass das Gesicht aussieht wie Chucky die Mörderpuppe. Oh, erinnere mich nicht daran. Jetzt kann ich wieder nach wie nicht schlafen, ey. Nee, aber wirklich. Das war mein erster Gedanke. Ich musste drüber nachdenken. Woher kennst du das Gesicht? Ich meine, Chucky die Mörderpuppe ist ja auch nix, was ich jetzt dauerpräsent habe im Gedächtnis. Aber letztendlich ist es genau das. Und ich finde, dass, dass es doch eigentlich gut ist, wenn man schon als Werbemaßnahme den, den, den Feiertag zur Produktlinie erfindet, dass man dann auch etwas Sinnvolles herstellt. Etwas, wo die Fans sagen, alter Schwede, ich dreh durch. Und diese Figur, der Unbeugsame, das ist eine Figur, da dreh ich durch, das kann Games Workshop. Und diese Figur, die da von den, von den Leaks of Wotan oder was auch immer das ist, rausgekommen ist, die ist ja, ich will nicht sagen zerrissen worden von den, von den, von den Kommentatoren beim Brückenkopf. Aber ich sage mal so, Begeisterungsstürme sind ja jetzt nicht ausgebrochen halt. Und ich frage mich, warum, 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 warum geschieht sowas? Ich habe dafür keine Erklärung. Habt ihr eine Erklärung dafür? Oder wie findet ihr die Figuren generell oder sagt ihr, ist super geil halt? Also weiß ich ja nicht. Ich würde ganz gerne zuerst, ich habe nämlich jetzt ja auch hier eine Packung Leak of Wotan, Standardinfanterie. Und ich habe mir auch als Anführer quasi genau so ein Modell, wie es da eigentlich gerade präsentiert wird. Aber in einer völlig anderen Pose gekauft. Das ist auch so ein Ein-Hier-Champion. Und der, der sprintet quasi über, über das Schlachtfeld. Also der stößt sich mit seinem Fuß von seinem Tactical Rock ab, hat eine nach vorne stürmende Pose dann in der Hand. Den Hammer nach vorne und der hat ein, hat ein vernünftiges Gesicht in der Hand. Und ich finde, im Gegensatz zu dem, was mir dort gerade präsentiert wird, ist das, ist das, äh, ist das, verschiedene Welten. Und das ist, das ist total, das ist total krass. Das ist, weiß ich nicht. Ich schicke euch nachher mal ein Foto damit dabei, äh, damit ihr seht, was ich meine. Das, das, das kann ich gar nicht anders erklären. Also ich denke mir einfach, dass Games Workshop als, ähm, aktiennotiertes Unternehmen mit den Wotan eine neue Produktlinie im Endeffekt auf den Markt gebracht hat. Weil sie sind ja eine komplette Neuerfindung, äh, sowohl von der Designsprache her, als auch als, einfach ganz einfach als Armee. Und, ähm, das wird eventuell eine der Motivationen gewesen sein, zu sagen, okay, wir bringen jetzt für diese Armee, die unser, unser, unser neues Produkt ist, halt eine ganz besondere Figur raus. Die es jetzt nur einmal exklusiv gibt, um damit vielleicht auch nochmal, ähm, äh, irgendwie auf die, äh, Verkäufe dieser, dieser Armee einzuwirken. Weil das vielleicht die ein oder andere Person nochmal dazu bringt, zu sagen, oh, da gibt's so eine richtig, ähm, so eine Figur, die gibt's jetzt nur hier zum Warhammer Day. Und, äh, jetzt fang ich doch noch eine Wotan-Armee an. Andererseits muss man sich ja auch mal irgendwie vor Augen führen, wir haben ja nicht irgendeinen Warhammer Day, wenn man's jetzt mal wirklich von der Warte aus betrachtet, sondern das ist irgendwie das 40. Jubiläum jetzt. Und da würde man doch, äh, oder da würde ich als geneigter, ähm, GW-Enthusiast, ähm, vielleicht eher, ähm, eine Figur erwarten, die vielleicht auch ein bisschen mehr so die letzten 40 Jahre Games Workshop verkörpern würde und nicht halt diese, diese komplette Neuschaffung. Aber das, ähm, kann man, da kann man vielleicht, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr aus dem Fenster gelehnt, auch Rückschlüsse, ähm, auf die Produktpolitik der Zukunft ziehen. Also die, die ermöglichen sich da jedenfalls. Wir werden's erst erleben, wenn jetzt noch irgendwann neue Armeen auf den Markt kommen sollten oder, 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 äh, für alte Armeen, äh, Refresh-Figuren kommen, die halt neu designt sind. Aber, ähm, das lässt ja ganz stark, äh, äh, Rückschlüsse darauf zu, dass sich da einiges in der Designsprache und auch in der, ähm, ja, in, äh, in der, ähm, na, wie sagt man jetzt, Priorisierung verändert halt, ne? Ich finde, das, was du sagtest, das, das ergibt ja Sinn, ne? Dass man, dass man sagt, wir wollen hier die Leaks of Voka pushen und deshalb 40-jähriges Jubiläum oder nicht, deshalb bringen wir für diese Armee eine Figur raus. Okay, das ist zumindest ein sinnvoller Gedankengang. Aber, wenn ich diesen Gedankengang habe und das pushen möchte, dann muss ich doch eine gute Figur rausbringen. Eine Figur, wo, wo den Leuten der Atemspiel steht und sagt, alter Schwede, ich muss auf der Stelle diese Armee haben, damit ich diese Figur auch vernünftig benutzen kann. Das würde ich ja noch nachvollziehen können. Aber mit Shaggy wird das hier nix. Die sieht aus, als ob sie nach einem Wildunfall zum Recyclinghof geht. Also, das ist wirklich, äh, es ist wirklich nichts. Also, ich gebe jetzt zu, ne? Das ist natürlich halt immer Geschmackssache halt, ob einem das gefällt oder nicht. Aber wenn man das mal rein objektiv betrachtet, diese Figur hat im Gegensatz zum Umbeugsamen nichts, was Geschichten erzählt. Ich erkenne an der gesamten Figur, also mit Ausnahme des abstrakten Rehkopfes da oben halt dieses Geweiß, erkenne ich nichts, was irgendwie auf die Vergangenheit der Figur hinweist, auf ihre Absichten, auf ihre Haltung, ähm, nix. Das sind abstrakte Muster drauf, die ich, da ich jetzt nicht in der, in der Ruhensprache der, der Leaks of Wotan irgendwie bewandert bin, in Klammern, wie jeder andere Mensch auf der Welt auch, ähm, kann ich dem nix ab, nix, nix abgewinnen. Das ist eine völlig charakterlose, gute Figur. Aber aus meiner Sicht könnte die genauso gut bei Infinity mitspielen. Ich erkenne an der gesamten Figur, erkenne ich nicht Warhammer 40.000. Da ist nichts, was auf Warhammer 40.000 hinweist bei. Also was mir auffällt, ist immer von wegen, dass, ähm, Games Workshop in den letzten Jahren für mich einfach Gesichter nicht mehr so schön macht, wie sie einmal gewesen sind. Das, das, das merke ich gerade wieder. Ne, also ich sag mal, wenn ich mir jetzt den, ähm, den Unbeugsamen angucke, das Gesicht erzählt Geschichte. Mit seinem Dreitagebart, mit seiner Narbe, äh, über dem linken Auge. Alles cool. Das, ne, also das, das mag ich wohl. Aber wenn ich wieder zurückgehe und gucke mir Chucky an, von wegen, da, ähm, boah, ey, also ganz ehrlich, also ich glaube, Leute da draußen, die mit Green Stuff arbeiten können, ihr könnt sowas kneten. Da gehe ich mal ganz, ganz fest davon aus. Weil, also viel, viel Talent ist da meiner Meinung nach, glaube ich, nicht wirklich drin. So nach dem Motto. Im Gegensatz zu, zu anderen Figuren. Also, ähm, ne, ich bin jetzt gerade auf der GW-Seite. Ich gucke mir den kardianischen Kastellan an zum Beispiel, ne. Mega Gesicht. Gucke ich mir den Kommissar dagegen an. Der sieht aus wie der Junge, der irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, gerade hier, äh, Stork Riesen kaufen will. Ich erinnere mich noch an den kleinen Michael. Wie er vom Laden stand. Stork Riesen bitte, Frau Lange. Ja, so sieht er aus. Genau so sieht er aus. Das kann jetzt aber auch so ein bisschen dem Paintjob geschuldet sein. Das können wir jetzt nicht hundertprozentig sagen, ne. Also, gerade auch jetzt hier, Tschakli, die Mörderpuppe. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt am Sculpt liegen, ne. Das, äh, das kann so eine Bemalung auch schon stark verzerren. Aber nichtsdestotrotz würde ich Piwi dahingehend recht geben, dass da, ähm, sag ich mal, dieses gewisse etwas an Inspiration, was man sonst so, ähm, äh, als, ähm, ja, Kunde von GW eigentlich gewohnt ist, irgendwie komplett fehlt. Die Figur ist sicherlich handwerklich nicht schlecht gemacht, so vom, vom Skype und so weiter und so fort, aber es fehlt halt komplett an Charakter und gerade als 40-jähriges Jubiläumsmodell kann man, finde ich, bei einer Firma wie GW schon ein bisschen mehr erwarten. Also, das ist jetzt nicht überzogener, überzogener Maß, äh, äh, oder irgendwie eine überzogene, äh, Vorstellung oder, äh, wie sagt man? Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich glaube, davon kann man sich, davon kann man sich verabschieden, dass, ähm, Entscheidungen getroffen werden, ähm, was limitierte Figuren angeht, im Sinne der Fans. Hier geht's rein um Wirtschaftlichkeit. Ja, ja, ja. Also, das, also, wenn einem die Figuren gefallen, wenn sich da Designer austoben, ähm, dürfen, super, aber wenn es darum geht, hey, wir haben Jubiläum, ne, wir müssen die und die Fraktion jetzt beispielsweise pushen, um, um deinen Gedankengang aufzugreifen, dann wird im Zweifelsfall irgendeine Miniatur genommen, die nur noch in der Schublade lag, die man dann als einzelnen Gussrahmen raushauen kann, ähm, und dann ist das vielleicht diese gewesen. Vielleicht ist das auch irgendwann mal geplant gewesen, schon so nach dem Motto, ne, um in dem Jahr, ähm, die, die Armee da zu pushen, äh, vielleicht machen wir das noch. Vielleicht haben sie aber auch gesehen, dass das Ganze durch diesen, ich glaube, Regelbuchfehler, ne, der Kodex war doch, glaube ich, gleich überholt, als er rauskam. Ja, der war, ne, der war sehr, sehr stark, glaube ich, und dann wurde der, glaube ich, irgendwie innerhalb einer Woche, gab's, glaube ich, ein FAQ, der doch das ganze Ding dann so gefixt hat, dass die nicht mehr irgendwie unsterblich über das Schlachtfeld rennen konnten. Also vielleicht haben sie dadurch, ja, rumrudern müssen, weil einfach die Verkäufe so eingebrochen sind, ähm, ja, und deswegen vielleicht kurzanschlossen diese Miniatur, äh, rausgebracht, beziehungsweise bringen sie jetzt raus, ähm, keine Ahnung, aber man darf doch wirklich nicht von einem Aktienunternehmen erwarten, hey, das machen sie für die treuen Kunden, für die treuen Fans, die seit Jahren, Jahrzehnten, ähm, Produkte kaufen. Also, macht ihr auch nicht Nike oder Apple oder was auch immer für eine Riesenfirma, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt, keine Ahnung, den neuen Schuh, ähm, machen wir jetzt nur für die Kunden, so. Machen ihn besonders günstig. Nein, die wollen Kohle verdienen und genauso ist es halt auch, es ist zwar Spielzeug jetzt hier, ähm, aber ich glaube, die Leute, die da die Entscheidung treffen, das machen die völlig emotionslos. Und müssen sie ja auch, damit das ein Aktienunternehmen ist, das, äh, erfolgreich ist. Und natürlich jede andere kleinere Firma, ähm, ja, wo du halt eine Handvoll Leute hast, die dann sagen, hey, ne, wir sind nah an der Community dran, dort kennst du die Leute, die haben ihre eigenen YouTube-Kanäle, die sind in Videos zu sehen oder, äh, Facebook-Seiten. Also, da weißt du, wer der, äh, Chef ist, wer der, ähm, Game-Designer ist oder auch, äh, welche Leute da in die Miniaturen kneten. Ähm, und wenn die sagen, hey, wir haben Jubiläum, wir bringen was raus, die hören natürlich auf die Fans, weil die ja auch noch viel mehr auf die Käufe angewiesen sind, ne, die kämpfen ja eher auch noch um Aufmerksamkeit und um treue Kunden. Und sagen, hey, wir geben euch was zurück, ne, ihr habt von der und der Fraktion euch was gewünscht, okay, machen wir. Aber hat auch nicht mehr Games Workshop. Warum? Man muss ja Games Workshop klar zugestehen, das, das sind ja keine Idioten in der Firma, ne, die wissen ganz genau, was sie tun. Und, ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, The Painting Face, ähm, da tritt zur Zeit immer wieder halt Peachy auf, der Maler von Games Workshop, der ja nun auch nicht mal bei BGW arbeitet. Und da erzählt er so ein bisschen aus der, aus dem Nähkästchen. In einer Folge hatten sie einen, ähm, einen Designer für Hobbymaterial als Gast da, der da zwei Stunden lang referiert, wie er zum Beispiel den Handflamer Sprühpistole entwickelt hat für Games Workshop. Und, äh, das ist unglaublich faszinierend, wie das läuft. Die sagen halt, also insbesondere, haben die halt gesagt, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann muss es einen bestimmten Mindestumsatz erzielen. Weil, ähm, es ist nicht nur so, dass wir, ähm, Geld verdienen wollen, sondern wenn wir tätig werden, wenn unser Personal tätig wird, dann, äh, muss das, was wir damit verdienen, auch dementsprechend, was wir sonst verdienen können. Also, ich will sagen halt, wenn die Mist entwickeln, dann entwickeln sie nicht nur Mist, sondern sie vertun auch die Chance, dass sie in der Arbeitszeit, die sie investiert haben, etwas Gutes entwickelt hätten. Und deshalb ist ein bestimmter Grundumsatz von vornherein angestrebt halt, ne? Und auch das macht ja Sinn. Das zeigt, dass dieses Unternehmen natürlich völlig wirtschaftlich denkt. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Als ich diese Figur gesehen habe, diesen, 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 diesen Leaks of Wotan-Fregel da, ähm, ich komme ja immer noch nicht drüber hinweg, über die Figur, weil die so wirklich fortsteckend ist. Sag doch Chucky, dann wissen wir alle, von wem du sprichst. Ja genau, Chucky, seitdem ich Chucky gesehen habe, ne? Ähm, war mein Gedanke genau das, was Michael gesagt hat. Das war ein bereits entworfene Figur, eine Designstudie, die es halt in der Produktentwicklung nicht weiter geschafft hat, weil sie schlecht war. Deshalb ist sie gescheitert. Und die hat man jetzt rausgeholt zum Warhammer-Tag. Und wenn diese Vermutung richtig ist, dann muss man sich mal überlegen, was für ein Selbstbild Games Workshop eigentlich hat, ne? Dass sie das 40-jährige Firmenjubiläum oder 40-jährige Produktjubiläum eigentlich mit zweiter Ware oder mit, 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 äh, Ware zweiter Güte letztendlich begeht. Und das finde ich... Aus ihrer Sicht ist es wahrscheinlich egal, ob wir 100.000 gute Miniaturen herstellen oder 100.000 schlechte. Wer die 100.000 verkauft, ist halt gut. Also ich hab mir ja mal für den Panini-Verlag gearbeitet und, ähm, die haben ja jede Menge Kinder- und Jugendmagazine rausgebracht, immer mit diesem Spielzeug vorne dran. Und wenn man so am Supermarkt vom Zeitschriftenregal stand, dann konnte man ungefähr sagen, 80 bis 90 Prozent der ganzen Hefte, die irgendwo ein Spielzeug vorne drauf kleben haben, das ist Panini. So groß waren die. Und es gab im, äh, ähm, Panini-Verlag gibt's, gab's halt wirklich ein Büro, ein großes Büro, wo zwei Leute saßen und das drumherum sah aus, als wären da eine Million Überraschungseier geplatzt. Also mit ganz vielen kleinen Spielsachen, ne, Katalogen aus China. Und die haben dann halt dort, ähm, ja, Sachen ausprobiert oder, oder Muster sich zuschicken lassen, umgeguckt und geguckt haben, was auf die Hefte in nächster Zeit draufkommt. Und da hab ich nicht im Scherz, aber so, vielleicht noch ein bisschen im Scherz, aber schon mit einem guten Körnchen Wahrheit, den Spruch gehört, wir könnten ein leeres Heft verkaufen oder ein leeres Heft anbieten, wenn geiles Spielzeug drauf ist, verkauft es sich. Und natürlich war dann das Ziel, immer so geile Spielzeuge wie möglich zu haben, ähm, damit das Heft nicht so wichtig ist. Damit die Kaufentscheidung, die das Kind dann ja fällt am Supermarktregal, ne, es sieht das Spielzeug. Das Heft ist eventuell in der Tüte eingeschweißt, da kann der Knirps oder, oder das kleine Mädel ja auch nicht reinblättern, aber es sieht das Spielzeug, so. Und das, äh, bewirkt die Kaufentscheidung, beziehungsweise das Quengeln bei den Eltern, Mami, kann ich das Heft haben? Vor allen Dingen, was ich mir so, was ich mir dabei so ergibt, äh, ist ja, ist ja auch die Erkenntnis, du kannst so ja auch Hefte an Kinder verkaufen, die gar nicht lesen können. Das ist ja gar nicht relevant in dem Moment für das Kind. Es sieht das Spielzeug und will das haben. Und was in dem Heft steht, kannst eh nicht lesen im Zweifel, weil es vielleicht noch zu jung ist oder noch gar nicht, ne, und noch nicht lesen gelernt hat. Und trotzdem möchte, verkauft man dann Hefte halt an Menschen, die gar nicht lesen. Also, das ist schon irre. Ja, und um jetzt quasi zu GW wieder zurückzugehen, ähm, wenn sie limitiert draufschreiben, es ist egal, was da drin ist. Viel schlimmer finde ich jetzt gerade, ich bin, während ihr gerade darüber gesprochen, einfach mal bei Facebook vorbeigefahren. Und hab mir den Beitrag rausgeholt, den dann, äh, Games Workshop, beziehungsweise Warhammer dann ja online gestellt hat, zusammen mit der Figur für den Games Day. Oder Warhammer Day, wie es dann so heißt. Und, ähm, allein dieses, diese Reaktion auf negative Kommentare von Games Workshop, die fand ich immer schon schrecklich. Ne, also hier sagt einer von wegen so, hm, do I need another one? Und macht so ein, so ein, so ein Smiley, der sich so wirklich dann so, Zeigefinger und Daumen so an den Mund hält und überlegt, ob er das braucht, ne. Und natürlich, Warhammer sagt dann von wegen so, hm, yes. Ähm, nein. Also, ähm, die überschlagen sich hier mit, ähm, mit Lob teilweise, wo ich mich echt frage, Leute, ey, was los hier bei euch? Naja, aber das ist ja auch nicht Games Workshop, sondern das sind Mitarbeiter, die instruiert wurden, so zu antworten. Deren persönliche Meinung spielt dabei ja überhaupt keine Rolle, sondern das ist vom Unternehmen vorgegeben, wie sie dort aufzutreten haben. Naja, das ist mir schon klar, aber ganz ehrlich, ähm, glaubt Games Workshop eigentlich die Leute, die das lesen, äh, nehmen das, nehmen das für voll, also, äh. Das ist, das ist der Firmenetage, Chefetage doch völlig egal. Also, da ist einfach eine Produktrichtlinie, äh, eine, ähm, eine Firmenrichtlinie, die eingehalten werden muss. Die ist definiert worden, wir machen auf Social Media, äh, das und das und wenn da Negativität kommt, dann versuchen wir das grundsätzlich in irgendwas Positives umzudrehen. Wir gehen nicht auf Kritik ein, wir diskutieren nicht mit den Leuten. Naja. So. Aber, und, ja. Den besten, den besten Kommentar, ja, da hab ich grad ein Like für gegeben, George Tonaro hat geschrieben, ist das Chucky? Ich glaub, dem schick ich mal eine Freundschaftsanfrage, mal gucken, was dabei raus wird, ey, wird wahrscheinlich voll die Bromance oder irgendwie sowas. Mattis, tut mir leid, aber ich hab jetzt einen neuen, der, das ist eine neue Bromance, Alter. Ich, ich find das einfach nur schade, dass, dass, äh, dass die Leute so, mit so wenig zufrieden sind. Und zwar, jetzt mein ich, die, die Leute bei Games Workshop. Ich hab überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass die gute Wirtschaftszahlen anstreben. Natürlich, ich gönne der Firma gutes, gutes wirtschaftliches Gelegen und das sollen die auch machen. Aber es gibt ja keinen Grund, wirtschaftlich gutes Gelegen mit schlechten Produkten zu erzielen. Denn, äh, man hätte ja auch ein vernünftig designte Figur nehmen können, halt. Die haben ja doch irgendwas anderes, das die da nehmen könnten, halt, ne? Ähm, und. Aber, Hauke, jetzt mal. Ja. Ganz, ganz blöd gefragt. Die Aufregung um diese Figur ist doch jetzt nur entstanden, weil das diese Jubiläumsminiatur ist. Und, ich hätte, ja. Wenn, 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 wenn das jetzt nicht draufstehen würde, dann würde diese Figur kaum Beachtung finden, sage ich mal. Vielleicht gar keine Beachtung. Und wenn du aber als Kunde sagst, dir gefällt diese Miniatur nicht und du möchtest viel lieber diese andere Figur haben, ähm, ist halt blöd, weil da jetzt nicht das, das Jubiläumsempleben draufprangt auf der, auf der Packung. Aber dann kauf dir doch einfach diese Figur und sagst so, in der Zeit, die ich jetzt mich schon über diese, über Chucky geärgert habe, da hätte ich die andere Figur schon zusammengebaut, vielleicht sogar schon grundiert. Der Witscher hätte ich schon angemalt. Oh, der Witscher, das ist er wieder. Oh. Ich hatte euch das Foto geschickt, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Das war wirklich gut. Also, ich fand's wirklich gut. Ich finde, ich finde, das, das, das Rappierende ist doch eigentlich, hätte man, äh, was man hier gemacht hat. Unterstellen wir mal, dass es korrekt ist. Dass die einfach sagen, wir haben hier eine gescheiterte Figur recycelt und nochmal wirtschaftlich gewinnbringend eingesetzt. Okay. So kann man Geld verdienen, natürlich. Aber, und jetzt bei dem Beispiel, wir hätten unsere Arbeitskraft auch anders einsetzen können, hätten die eine sinnvolle Figur gemacht. Eine Figur, die dich einfach umbläst. Und dann sagst du, alles klar, die Figur muss ich haben und alle ihre Kumpels auch. Das wäre doch viel sinnvoller. Das wäre doch, das wäre doch ein wirtschaftlicher, vernünftiger Weg halt. Das wäre doch etwas weiter gedacht. Aber gut, es ist halt so, wie es ist halt. Aber das wird erst passieren, wenn sich jetzt quasi diese Jubiläumsminiatur, ähm, nicht so gut verkauft. So. Dann erst passiert ein Umdenken. Oder könnte ein Umdenken passieren. Aber, ähm, sobald da limitiert draufsteht, werden's die Leute ja eh kaufen. Und das ist GW halt gewohnt. So. Ja. Und, ähm, so haben sie mit, ich sag mal, wenig Manpower, also um jetzt nur mal deine Theorie aufzugreifen, das ist eigentlich ein aussortiertes Modell gewesen, was sie jetzt nochmal rausbringt, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber sagen wir mal, es ist so. Dann haben sie ja rein wirtschaftlich gesehen wirklich den cleversten Schachzug gemacht. Wir haben hier quasi eine Figur, die wir eigentlich gar nicht verkaufen wollten, als limitiert rausgebracht. Geil, verkauft sich dadurch. Wir sind die Auflage los. Keine Lagerkosten. Perfekt. Warum sollte Games Workshop ihr Verhalten ändern? Ja. Ja. Das ist halt so, wie es ist. Wollte ich grad sagen. Ähm, Hauke, wollen wir Games Workshop noch ein bisschen, ein bisschen Geld in den Rachen schmeißen und RNF23 machen? Auf jeden Fall. Das ist konsequente Reaktion. Das ist die konsequente Reaktion, wollte ich grad sagen. Erzähl uns ein bisschen was über RNF23. Hashtag. Okay. Also, die Spatzenpfeifen ist ja schon vom Dach. RNF23 steht an. Ähm, ich wollte ganz kurz einmal vorstellen, was ich, also ich mach mir erstmal einen Zeitplan. Also, Oktober findet natürlich kein RNF23 statt. RNF23 beginnt mit dem 1. November und geht halt bis Ende des Jahres. Ähm, ich werde mich konzentrieren auf die Untoten und, äh, alles andere außer Malen. Also, sprich, zusammenbauen, grundieren, äh, fehlende Teile besorgen, vielleicht fehlende Truppen noch besorgen. Das ist mir alles im Oktober. Aber ab November steht die Armee hier fertig auf dem Tisch grundiert und wird bemalt. Und, ähm, ich bin einfach total geflasht, dass die Leute immer noch im Kanal bei Discord RNF23 durchziehen und da auch voll motiviert sind. Also, das sind jetzt keine Heerscharen. Das sind einige Leute, aber das reicht ja schon. Man braucht ja nur einige Leute, um eine Sache nicht alleine zu machen, sondern gemeinsam zu machen. Und, äh, ich freu mich da richtig drauf. Piwi, bist du mit am Start? Ich bin sowas mit am Start, mein Bester. Ich bin nämlich dabei, äh, 1000 Punkte Goblins, äh, hier fertig zu malen. Die sind ausgedruckt, die stehen hier schon und sind heute grundiert worden mit meinem neuen Superspray, was ich habe. Falls ihr es gesehen habt, äh, bei Instagram und so weiter, guckt nochmal rein. Ähm, und es werden 1000 Punkte Zwerge werden. Ui. So. Wie viele Modelle sind das? Äh, von den Goblins? Das ist, also ich habe jetzt nach RNF, also hier, äh, nach RNF, nach OPR-Regeln habe ich mir die quasi aufgebaut hier. Das sind gar nicht viele. Äh, lass mich mal gucken. Äh, 10. Ah, lass es 50 Modelle sein. Mit allem drum und dran. Das ist nicht viel. Mhm. Ja, da muss ich noch ein bisschen gucken. Also, die Liste habe ich schon soweit fertig. Auch 1000 Punkte. Das bewegt sich, glaube ich, nachher dann so im Bereich von vielleicht 30, 35 Figuren. Mehr ist das gar nicht. Deswegen. Also, die werden, da gehe ich ganz hart ran und das, äh, habe ich Phil zum Beispiel, äh, schon gesagt, ähm, dass die, die Goblin-Armee, die wird, ähm, fast ausschließlich mit Contrast-Farben bemalt und dann kommt auch ein vernünftiges Base drauf. Und ich habe schon einige, ähm, Testmuster habe ich schon soweit fertig. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich die, äh, Michael-Martin-Methode mache, um einfach hier sage, ich bürste nochmal mit dem Beige von oben nach unten einfach mal so ein bisschen trocken bei der Mini. Ähm, oder ich ziehe Quickshade von Army Painter drüber. Das weiß ich noch nicht. Mach das, was Michael sagt. Und wenn's kacke aussieht, bin ich schuld, ja, ist schon klar. Das war doch gerade mit so einem, mit so einem, mit so einem Jedi-Mind-Track oder irgendwie sowas mit der Handbewegung, oder? Ich hab grad irgendwie, weiß ich nicht. Genau. Ich hab grad irgendwie, weiß ich nicht. Das ist nicht die Technik, die du suchst. Ich hab so fünf Sekunden gerade irgendwie, überhaupt irgendwie, als ob ich gerade woanders war. Genau. Ich hab ganz schlechten Einfluss auf euch. Oh, apropos Squeaks. Ich habe keine Squeaks, sondern ich habe, äh, Frösche. Mega witzig. Mega. Das ist ja cool. Ich, äh, ich poste nochmal. Killerkröten? Ja, ohne Scheiß. Die sind so geil. Ich poste Bilder davon. Ich bin voll auf Goblins gerade, ey. Die sind so krank. Die kommen von Highland-Maniagers. Also, wenn ihr die noch nicht kennt von Highland-Maniagers, ähm, ich poste da meinen Link unten auch in die Show Notes mit rein. Ähm, die sind einfach nur genial. Also, wenn ihr wirklich was sucht, was ihr noch zwischen eure, äh, Goblins packen wollt, äh, Highland-Managers. Um nochmal die Brücke zu Moonstone, deinem Lieblingsspiel-Piwi, zu schlagen. Meinst du Sommernacht? Nein, ich mein das richtige Moonstone. Ach so. Ähm, sucht da mal nach Goblin Airship. Goblin Airship? Das tue ich jetzt. Goblin Airship Moonstone. Ja. Moonstone. Weil das ist ein cooles Goblin-Modell. Uh. Warte. Ich glaube, das ist so eine aufgepustete Kröte, der so wirst du die Augen schon rausquellen. Es ist genau das, was bei mir eigentlich dann genau fehlt. Und dann hängen unten drunter, hängen Goblins quasi in so einer, in so einem Ball-Torret von, von, von so einer B-17, äh, und, und ballern nach vorn hinweg. Das ist, das ist abgefahren. Ja, dein erstes Moonstone-Modell. Nein, 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 nein. Ohne Warhammer Day. Nein, ich habe, ich habe wirklich, äh, ich habe mir, äh, Goblins gekauft. Oder hier, wie heißen die noch hier, die, die Boys, hier hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, äh, ich finde sie jetzt nicht wieder. Brothers in Arms sind das. Die habe ich. Diese Box habe ich mir gekauft. Von Moonstone? Von Moonstone. Ah. Was hast du denn das gemacht? Äh, ich kann das auch mal machen, ohne dich immer zu Fragen füllen, ne? Heimlich. Das kannst du nicht bringen. Jawohl, ich habe das einfach mal gemacht, ne? Ich habe das bestellt, ne? Einfach so, ohne dich zu fragen, ne? Total witzig. Also das sind... Ey, das geht gar nicht, ey. Ey, weiß ich, ne? Die sind wirklich, die sind wirklich nett. Also das sind, das sind einfach drei Minis in wunderschönen Resinen gegossen. Also die, die Details, die sind total klasse. Ähm, und ich finde die einfach total, äh, total nice. Und ich habe gesagt, von wegen, ich weiß nicht, was die können, aber ich finde die einfach witzig und deswegen habe ich die gekauft. Klassischer Schmitterlebens-Move. Ja, auf jeden Fall. Da drin ist Young Jack, Gradock und Morris sind da drin. Ah, okay, die, die Box ist das. Ich hatte gerade noch Beaky Bobby im Kopf und, äh, Duck the Flatulent. Ah, nein, die sind, also, die sind toll. Ich habe keine Ahnung, was sie können, ähm, aber ich habe mir gedacht, von wegen, so, das sind einfach so, so drei Minis, die kann ich mal so, ähm, ohne Quickshade und keine Ahnung, was bemalen. Also so klassisch halt, ne? So, so Schichten und solche Geschichten. Wollte ich da eigentlich dran machen. So, aber bevor wir jetzt noch, äh, zu sehr nach Moonstone abdriften. Du meinst das Sammonas. Ich meine Sammonas, äh, Moonstone, äh, ähm, äh, wir waren ja eigentlich gerade bei RNF 23 gewesen und, äh, ich habe mich natürlich auch nicht lumpen lassen. Genau wie bei RNF 22 hatte ich wieder versuchen mitzumachen. Ich sage bewusst versuchen, weil, ähm, RNF 22 ist bei mir kläglich gescheitert. Ähm, ich habe mir, glaube ich, einfach zu viel vorgenommen. Und, ähm, ich habe mir dieses Jahr, äh, weil ich die noch, die schon seit Ewigkeiten rumliegen habe, vorgenommen, eine, äh, Saurier-Armee ins Feld zu führen. Ähm, und habe dafür jetzt eigentlich auch schon soweit, bis auf die Bases eigentlich auch schon soweit alles, äh, ready. Und ich werde mal die, äh, Talkshow-Methode quasi, ähm, für mich selber, äh, ausprobieren. Und werde auch versuchen, bis Ende Oktober alles soweit, äh, quasi auf der Base stehen zu haben. Gebased wird ja zum Schluss, ne, Hauke? War das so? Wie, wie du möchtest. Also... Aber du machst das zum Schluss, das Streu drauf. Ja, also bei diesem, bei diesem Streu mache ich das ganz am Ende. Es gibt auch Sachen, die ich ganz am Anfang mache, aber bei dem am Ende. Ja, also ich will auf jeden Fall das, ähm, Krautcover-Streu benutzen für die Armee, habe ich mir vorgenommen, weil ich will wirklich versuchen, das so wirklich, äh, sage ich mal, jede Abkürzung zu nehmen bei dem Projekt, die, die mir möglich ist. Damit ich das vielleicht auch wirklich hinkriege, weil das war bisher immer die effizienteste Methode. Und ich bin auch, komme auch so bei ungefähr 35 Figuren dann am Ende bei raus für 1000 Punkte. Also, äh, ich hab euch gerade mal das Centerpiece der Armee rübergeschickt. Das wird quasi so ne, ja, so ein, so ein relativ großer Saurier, ähm, der eine Plattform auf dem Rücken trägt, wo dann halt so ein, ja, quasi ein Skink draufsitzt, der dann auch zaubern kann. Also, ich hab dann quasi einmal so ein, so ein, so ein, so ein, auch ein Frosch tatsächlich, aber so ein, so einen dicken Froschpriester quasi, ähm, ne, diese Slun heißen die ja, die sozusagen, äh, meistens so die Armeen ins Feld führen und, und auch Magier sind. Und, ähm, dann halt auch noch eine ganze, eine ganze, äh, Menge Geckos und Tempelgarten. Und, ähm, dann stellt sich mir nur noch die Frage, ob ich eher so ein Spike-Glizard mitnehmen möchte. Das ist quasi so ne Art Artillerie, ähm, äh, Artillerie-Dino. Oder, äh, ob ich doch eher so, ähm, ja, Raptor-Rider mitnehme. Aber das wird sich dann noch, äh, bis dahin noch ergeben. Das klingt so ein bisschen wie Dino-Riders von früher. Kennst du den Trickfilm? Ja, auf jeden Fall. Mega geil. Dino-Riders. Michael, haben wir irgendwie eine Chance? Das werde ich da auch anfixen mit der Idee? Also, ich bin ja bei jedem, ähm, Schwachsinn, sag ich mal, immer gerne dabei und muss sagen, dass ich das, dass ich euch schon sehr um die Zeit beneide, dass ihr sagen könnt, äh, ihr habt da die Armeeprojekte und auch, wenn es vielleicht dann am Ende eng wird, aber, ähm, ihr probiert es auf jeden Fall. Ich müsste aktuell sagen, kann ich nicht. Ich hab gestern Besuch von einem Kumpel gehabt und wir haben mal wieder nach langer Zeit eine Runde Blitzburg gespielt. Und da dachte ich auch so, oh, Mensch, komm, du hast noch zwei, drei Teams, die noch nicht bemalt sind. Das könntest du eigentlich mal machen. Das könntest du sogar auch schaffen. Weil ich glaube, ich hab in diesem Jahr bislang keine zehn Figuren bemalt. Okay. Also fertig bemalt, komplett. Und, äh, weil einfach zu viel rund ums Buch zu tun war. Und selbst, wenn ich dann so am Nachmittag manchmal noch dachte, ach, komm, heute Abend setz du dich mal hin und, ne, malst mal wieder, hast ja ein paar Modelle so, die du dir gekauft hast, natürlich. Ähm, aber dann war ich abends einfach, letzten Endes dann doch zu platt. Und dann, ähm, ja, hab ich was anderes gemacht. Und, ja, und selbst wenn dann zum Beispiel wie letztes Wochenende Ralf dann der, äh, eine Freund bei mir zu Besuch ist, der Witscher. Der Witscher. Weil dies noch nicht, ähm, beim letzten Podcast mitbekommen hatten, ähm, der ein totaler Schnellmaler ist. Und, ja, und während ich letzten Samstag, ähm, drei digitale Skizzen für das letzte Spielplattentutorial am Rechner bearbeitet hab und fertiggestellt hatte, ähm, zwischendurch dann noch hochkam und fragte, ob er noch einen Kaffee möchte. Und dann immer nur seine Fortschritte gesehen hab und dann dachte, okay, er hat jetzt in diesen knapp vier Stunden, wo ich diese drei Skizzen am Rechner fertiggestellt hab, mit allen Maßen und, und Einfärbungen und so weiter, hat er 26 Star Wars Legion Figuren fertig gemacht. Wow, krass. Also zwar auch ganz viele Druiden, aber 26 Modelle, bis auf die Bases. Und die sahen gut aus. Ja, also die sind hell grundiert, weiß gar nicht, ob weiß oder, oder hellgrau, aber Contrastfarben drauf, zack, nicht lang schnacken, loslegen, einmal drüber witschern. Und deswegen hat Ralf auch den Spitznamen, der Witscher. Ja. Ja, das ist krass. Und ich muss wirklich sagen, ich beneide euch da drum, weil ich mich an die Zeit zurück erinnere, wo ich Saga, also zur ersten Edition in der Zeit gespielt hab und mir da eigentlich jedes Jahr auch gesagt hab, so, ich fang immer eine neue Armee an. Ich spiele diese Armee, die ich dann am Ende des Jahres mir aussuche und spätestens bis Anfang des nächsten Jahres bemalt habe. Die spiele ich das ganze Jahr und die führe ich dann und trainiere sie vorher, die führe ich dann im Sommer dann zum Grand Melee ins Feld. So, und das habe ich drei Jahre gemacht. Das war immer ein Riesenspaß. Und, ähm, ja, hab auch viel gelernt quasi beim, beim Bemalen dieser Armeen. Also, die zweite habe ich dann auch mit der Airbrush ein bisschen angefangen, um, um dann nachher nur die Highlights zu setzen. Das war der Ritterorden, also mit vielen weißen, wehenden Mänteln und, und Umhängen und so. Ähm, ja, war eine schöne Zeit. War auch ein tolles Gefühl, dann richtig so eine Armee zu haben, aber, pff, geht momentan nicht. Also, ich bin, oder ich wäre wirklich froh, wenn ich sagen könnte, okay, ich habe demnächst Zeit und auch wirklich dann wieder die Motivation und Lust, ähm, den Kopf frei, dass ich, äh, mal wieder ein Blitzbull-Team mit sechs Modellen anmachen könnte. Ja, das, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber Gott sei Dank, ähm, sind ja die Steuer und RNF unausweichlich und konstant. Das heißt, Rank-and-File 25 und 24 wird es ja auch geben. Vielleicht kannst du ja im nächsten Jahr dann halt die Gelegenheit haben und ergreifen und dann eine kleine Armee ausbauen. Dann würde ich ja quasi, also Rank-and-File 24 ist dann ja nicht an irgendeinen Monat gebunden, sondern man könnte ja auch dann schon im Februar fertig sein, oder? Rein theoretisch könntest du am 1.1. beginnen. Äh, die heiße Phase von Rank-and-File 24 wird natürlich trotzdem zum Jahresende wieder sein. Nur sagen wir mal, zumindest, zumindest zum, zum zweiten Halbjahr. Und während in Villaribur noch gemalt wird, wird in Villabajo schon gespielt. Ja, okay. Ja, genau so ist das. Ja, also ich hab total, total Bock drauf, mal wieder so eine größere Truppe zu spielen. Also ich weiß jetzt zwar nicht unbedingt, für welches System, weil so tendenziell würde ich mir eher, äh, OPR Firefight, ähm, zutrauen, als jetzt gleich das, das andere große, ähm, System. Aber, äh, ja, wer weiß. Ich krieg ja immer Unterstützung von Phil mit Listenbau und, äh. Ja, ich, ich, ich steh dir auf jeden Fall zur Verfügung. Aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, Michael, genau wie beim Geländebau, ist es ja auch bei den Figuren so, dass, ähm, der Zeitaufwand auch eine Frage der Technik ist, ne? Also, äh, du kannst durchaus so eine Armee auch, äh, ne, äh, runterwitschern. Und dann hast du die auch in zwei, drei Tagen fertig. Also, das ist selbst mir schon gelungen. Ja, wobei, das ist da nicht unbedingt dann mein Ziel, weil, also ich hab gemerkt, als ich meine Blitzkull-Team... Okay, das ist dann was anderes. ...bemalt habe, ähm, dass ich jedes oder bei jedem Team, bei immer dann ja sechs, sieben Figuren oder bei den, bei den Goblins waren es auch acht, ähm, dass ich jedes Mal was Neues ausprobiert habe. Also, irgendwie einmal Ölfarben, einmal Contrastfarben mit Highlights und dass ich mir jeweils so einen, ja, so einen kleinen zusätzlichen Anreiz, ähm, gesucht hab, um diese Figuren zu bemalen. So, oder was ich ausprobieren will, was halt einfach nochmal dazukommt, nicht nur diese Figuren dann nachher schön bunt zu haben, sondern eben auch, ja, nochmal irgendwie was gelernt zu haben, was ich in einem Tutorial gesehen hab oder, ja, wo ich selber irgendwie eine Idee zu hatte. Und das ist auch, glaube ich, bei, ja, bei den früheren Saga-Armeen bei mir der Fall gewesen und, ähm, also ich glaube, schnell malen und wirklich so schnell runterwitschern, das würde ich zum Beispiel bei einem Miniaturenlastigen Brettspiel machen. Aber ich möchte, wenn ich eine Armee bemale oder auch generell Tabletop-Miniaturen, ähm, möchte ich mich, glaube ich, nicht stressen, also außer, das Turnier ist morgen, ähm, und die müssen noch fertig werden vielleicht, aber ansonsten möchte ich da, ja, Spaß haben und, und keinen Druck haben. So, und, ja. Ja. Gut. Dann bleibt mir jetzt noch ganz kurz meine Armee vorzustellen, ich reiß das mal ganz kurz ab. Und zwar, wir erinnern uns, ich habe im letzten Jahr 1500 Punkte aufgestellt, Untote, bretonische Untote, mit der Nekromantin Eloise Lasseur-Meer, Level-2-Zaubererin, die von den beiden Körbelstjockels begleitet wird, von Jack und Jules. Ähm, alles, Eloise ist die Zauberin der Stufe 2, Jack und Jules Stufe 1, äh, Kerneinheiten waren 24 Skelette mit Speeren und voller Kommandoeinheit, 20 Skelette mit Speeren und voller Kommandoeinheit, sowie 24 Skelette mit Kommandoeinheit. Äh, dazu kamen spezielle Einheiten, 20 Grabwachen mit Schilden und Kommandoeinheit, 6 Black Knights mit Schabracken und einem Champion und einem Standartenträger, die waren dann anbemalt wie Questritter. Und Tote Questritter, ähm, dreimal Fellbärts, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen, äh, das sind die großen Fledermäuse, die aber allerdings geprockst werden mit 3, ähm, Carrion Birds, also den alten, äh, Todesgeiern. Als seltene Einheit kam die Banshee dazu, sowie einige magische Gegenstände, 1500 Punkte. Bei diesen 1500 Punkten setze ich an und baue den nächsten Block für die nächsten, also für, damit es insgesamt auf 2000 Punkte hochkommt. Äh, die ersten 120 Punkte erreiche ich durch den Verwaltungsakt, dass Eloise Level 4 wird, muss ich nix für anmalen. Hier. Die hab ich schon mal im Sack. Da kriegst Applaus für Hauke. Der Blitzwitscher. Genau. Der Upgrader. Genau, dann kommt dazu noch ein Gespenst für 75 Punkte, das ist in der Tat sogar schon bemalt, ähm, und, äh, da das allerdings dann in ein, eins der Regimenter kommt, muss ich halt ein Skelett in Ruhestand schicken, das benutze ich dann nicht, da spare ich dann 7 Punkte. Dann 10 weitere Black Knights wird der Vollkommandoeinheit, das sind die gepanzerten Skelette, die zur sechsten Edition halt erschienen sind, die hab ich halt tatsächlich die Modelle. Ähm, die bemalen. Dazu wird nochmal 35 Punkte gut machen, indem Jack auch auf Level 2 gesetzt wird und 2 Carrion Birds dazu. Dann bin ich bei 2000 Punkten, das ist aber, wie gesagt, das ist jetzt nicht viel, ne? 2000 Punkte, Nekromanten-Appendix-Armeeliste. Und jetzt mach ich 197 Punkte, indem ich die Nekromanten-Appendix-Armeeliste sozusagen abschaffe und stattdessen eine normale Armeeliste mit einem Vampir nehmen. Äh, und dann auf 3000 Punkte hochgehe halt. Und das bedeutet, es kommt ein, ähm, Right Lord, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzt, ein Skelett-Champion, Skelett-Ritter, also ein Charakter-Modell, Skelett-Charakter-Modell halt. Dazu, ähm, die Kürbis-Dockels fliegen letztendlich raus und werden durch vernünftige Nekromanten ersetzt. Eloise fliegt auch raus und wird auch auf eine Nekromantin ersetzt. Es kommt hinzu, der Rote Herzog, ein, ähm, ein Vampir, der dann aber auch gepflegte 417 Punkte kostet. Boah. Eine schwarze, eine schwarze Kutsche und 18 Zombies. Ähm, das Ganze ist dann eine ganz normale Vampir-Armeeliste. Das heißt, dieser, dieser bretonische Charakter, diese bretonische Charakter-Armee gebe ich dann auf, weil ich die nicht auf 3000 Punkte hochziehen kann halt, ne? Deshalb werden dann einige Figuren halt die Kürbis-Dockels halt durch andere ersetzt und so weiter und so fort. Ähm, plus magische Gegenstände. Einmal den Wailing-Helm. Ähm, das führt dazu, dass der Skelett-Champion Terror erzeugt. Das heißt, zwei meiner Regimente erzeugen Terror, was ihnen psychologisch gesehen ziemlich großen Schutz bietet, weil der Gegner nicht immer seinen Terrortest bestehen wird und, äh, das eigentlich genau Sinn und Zweck der Untoten ist. Aber auf die, auf die dahinterstehende, ähm, Strategie gehe ich ein andermal ein. Also das, das sind dann insgesamt, am Ende sind es 2.998 Punkte, reguläre Vampir-Armeeliste und, äh, der Vampir ist einfach eine ausgeburte Hölle mit, mit seinen Kräften halt, ähm, das wird Laune machen. Und das sollte in zwei Monaten zu schaffen sein halt. Also nicht, das, das wird kein Selbstgänger, aber es wird möglich. Das klingt einfach total mega. Also, alleine mir schon vorzustellen, okay, solche Figuren, solche Figuren, und, ähm, und dann nachher diese riesige Armee, das, ähm, ja, sehr, sehr bedeutend ist. Cooles Projekt. Das ist halt das Schöne, ne? Wenn man das Ganze irgendwie gestaltet, mit anderen Leuten zusammen macht, dann, dann, dann macht das richtig Bock. Und am Ende hast du halt eine 3.000 Punkte Untotenarmee mit 120 Skeletten. Also, es ist ja, es ist ja eine Mammutaufgabe. Sowas machst du ja nicht einfach von heute auf morgen halt, ne? Wenn ich zum Beispiel an Mattes denke, der jetzt hier angefangen hat, seines, äh, also Mattes vom, vom Table-Podcast, Grüße gehen raus, der hat angefangen jetzt tatsächlich seine Scaven zu bemalen. Ich werde verrückt. Und er ist schon recht weit fortgeschritten. Er hat nämlich schon einen Ratten-Uga und eine Ratte angemacht. Ja. Jetzt fehlt halt nur noch 80 andere halt. Ja, ja. Und Funfact nebenher, äh, Stefan hat angefangen, Chaoszwecke zu bauen und zu machen. Ey, das ist auch so ein Ding. Da hatte ich Mattes auch gesagt. Der schreibt ja hier, Stefan, also Stefan auch, Stefan geht natürlich auch Grüße raus. Stefan ist derjenige vom, ähm, aus dem Gefolge des Table-Podcasts, sage ich mal so. Stefan Mühlheim, der die unglaublich geile Mordhaarplatte gebaut hat. Also, ne, und, 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 und Stefan ist halt auch so einer, da hatte ich halt immer das auch gesagt, äh, wenn man Stefan fragt, willst du was Normales, dann brüllt er eine an und sagt, nein, Hardcore! Und das ist genau das mit den Chaoszwergen, echt. Oh, sehr geil, ey. Ja, das wird, das wird spannend. Also, die versuchen wirklich zu unserem Treffen, äh, wenn die hier hochkommen und wir uns dann hier konspirativ dann zusammentreffen, wollen die wirklich versuchen, ähm, die, die Armeen fertig zu haben. Ja. Und ich meinte das eben auch gar nicht despektierlich mit, 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 mit Mattes, mit seinem Ratten Ogler und einer Ratte, denn ganz im Ernst, also, wie, wie diese bescheuerten Sprüche halt so sind, ne, äh, der Lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, natürlich, aber du musst ja auch mal, du musst ja auch mal die, die, die erste Figur anmalen, um mal zu gucken, welche Farben will ich eigentlich benutzen? Hat das funktioniert? Sieht das gut aus? Ich sitze ja seit Tagen in einer Figur, die einfach, die einfach nicht besser wird, obwohl ich die ganze Zeit daran rund docke und die Farben verändere. ne, aber der, der, der Blitz schlägt nicht ein und das hat er halt immerhin schon über sich hinweggebracht, ne, er weiß, wie er die anmalen will und da ist ja auch schon mal ein großer Akt halt geschehen. Alles andere ist nur noch stumpfe Tätigkeit halt. Mhm. Ist halt, wie es ist. Okay, gut. Das zu R&F 22, äh, 23, pardon. Ich finde das auch schon, also, alleine die Geschichten, die du da auch schon bei den Namen und so, ähm, erzählt hattest, ähm, ich hatte das auch bei den, ähm, R&F 22 schon, ja, einfach genug so, okay, du denkst dir halt auch gleich Geschichten zu deinen Anführern aus und, ähm, ja, das macht halt also noch mehr Lust auf so ein Projekt sich da einfach auszutoben. Und mal ehrlich vom, vom Aufwand, ich, ich erinnere, dass du damals für Saga die Römer bemalt hast, das vom Aufwand und der Armeegröße würde das ja im Prinzip genau auf R&F, du hast nur andere, andere Art, die zusammenzustellen, ne, aber vom Aufwand ist es, glaube ich, vergleichbar. Ja, ja, also es, äh, ist eben nicht so, dass ich das nicht schon mal gemacht hätte, so mal, äh, ja, das war, glaube ich, 2017 oder so oder 18, wann die zweite Edition erschienen war und dann nie wieder so ein, ja, Spielsystem mit irgendwie einer großen Armee, ähm, bei mir auf dem Radar hatte, sondern dann so aufs Kölmerschaum gestiegen bin. Hauke, wollen wir noch mal rübergehen? Du hast nämlich noch, äh, etwas Schwarmiges zum Abschluss für uns. Kurz zum zweiten Tyrannienkrieg. Ähm, ich sehe, dass sich die Truppen sammeln im entsprechenden Kanal. Ich bin total geflasht, dass die Leute da richtig Bock drauf haben. Ich hab ja auch angefangen an diesem, ähm, an dieser Kampagne zu arbeiten. Ich hatte das vor einigen Tagen auch gepostet, dass ich da gerade, ähm, äh, Kampagnenteil der ELDA-Zugange bin. Ähm, ich will das jetzt allerdings nicht allzu großartig ausbreiten. Ähm, nur ein paar Kerndaten, damit den Leuten klar ist, das, äh, ist nicht ad acta gelegt. Nur, es dauert ehrlich gesagt etwas länger, diese Sache auf die Beine zu stellen, als ich das wirklich erwartet habe. Der Zeitplan sieht wie folgt aus. Sobald RNF 23 vorbei ist, also sprich mit Beginn des nächsten Jahres, soll es aus meiner Sicht dann mit dem zweiten Tyrannienkrieg losgehen. Ähm, ich hab mir das Ganze jetzt nicht so gut gemacht, jetzt mittlerweile so vorgestellt, dass diese Kampagne sich richtet an Tyrannien-Spieler, ist ja logisch, an Jeans-Dealer-Kult-Spieler, ist ja auch logisch, an im Prinzip alle imperialen Truppen, die es gibt. Die Weltenschiff-ELDA und auch die Orks. Hol ich auch mit ins Boot, weil da, ich glaub, Verrio hatte darum gebeten, gefragt, ob das geht und ich sagte, hm, eigentlich nicht, aber im Prinzip ist das eigentlich alles gar nicht wild. Das Entscheidende bei dieser Kampagne ist folgendes, nicht jeder spielt alles, weil das würde dann genau zu dem werden, was die Games-Workshop-Kampagnen waren. Ähm, es ist so, diese Kampagne besteht aus fünf Akten, die jeweils sich an eine oder zwei Fraktionen richten. Und nur diese Akte spielt man, oder ein dieser Akte halt. Ähm, diese Akte sind folgende. Zum einen, äh, Tod in der Stille, das betrifft insbesondere die Space Marine-Orden, die ausgelöscht worden oder auch fast ausgelöscht worden sind, also sprich die Lamentas und die Sizes of the Emperor. Äh, das waren ja nicht die einzigen, aber da geht es im Prinzip darauf, dass diese Space Marine-Orden nicht um die Abwehr der Schwarmflotte kämpfen, sondern schlicht und ergreifend ums Überleben. Diesen Kampagnen-Strang spielen dann halt diese Orden halt. Das nächste ist halt, ähm, das Verhängnis der ELDA. Da geht es halt um den Angriff der Schwarmflotte Kraken auf das Weltenschiff Iranden. Und, äh, ich hab hier in meinen alten, ähm, alten Brettspiel Doom of the ELDA halt herausgefunden, dass die halt auch Unterstützung von anderen Weltenschiffen bekommen haben. Von daher gibt es gar keinen Grund, warum andere Weltenschiff-ELDA dann nicht auch mitspielen können. Diesen Kampagnen-Teil Harlekins sowieso. Dann haben wir den Teil des Imperialen, ähm, äh, im Prinzip des totalen Krieges. Da geht es dann einfach um Angriffe auf imperiale Welten, die abgeschlagen werden oder eben nicht. Da kann man dann im Prinzip alles spielen, was, was ein Adler trägt. In dieser Art im Prinzip halt, ne. Und der, der interessante Aspekt soll auch hier sein, dass die Spieler auch angeregt werden, um halt ein etwas breiteren, weiteres Spektrum abzudecken. Auch durchaus gemischte Armeen aufzustellen halt. Also imperiale Garde mit Space Marines oder Adeptus Mechanicus und so. Das alles zusammen halt. Der vierte Teil betrifft dann den imperialen Gegenschlag auf IK4, ähm, wo dann sozusagen die Schwarmflotte tatsächlich halt angehalten wird. Und der fünfte Teil betrifft dann die Orks, die dann nicht im Zusammenhang, aber quasi als, als Beifang der Schwarmflotte auf ihren Welten halt auch mit angegriffen werden. Und dort halt dann halt dementsprechend halt das cool, cool finden halt. Aber so sind halt die Orks. Jeder Kampagnenteil, jeder Kampagnenteil soll aus drei oder vier Spielen bestehend, die erzählerisch zusammengehören. Und nach Möglichkeit, also ich strebe hier vier Spiele an, ich kann es aber nicht versprechen, dass es jeweils vier werden, aber sagen wir im Idealfall vier Spiele, die zusammengehören. Und, äh, als Gimmick wird zu jedem Kampagnenteil dann noch eine Mission für Raumflotte Gothic dabei sein. Äh, das kann man dann spielen oder nicht, aber erweitert wieder sozusagen das, dass die Perspektive dabei. Ähm, das ist so ungefähr der Plan, äh, damit das Ganze gespielt werden kann. Ich, ich bin mir nicht zu dumm. Ich schreib das für Warhammer 40.000 dritte Edition. Stumpf. Also da kenn ich nix, das ist das, was mich interessiert. So schreib ich die, die Kampagne. Allerdings werde ich quasi sozusagen eine Übersetzung mitliefern. Äh, allerdings in einem anderen digitalen Format, wie man dann sozusagen die, die Grundregeln der dritten Edition auf die vierte Edition, nicht auf die vierte, auf die jetzige Edition für 40k oder aber auch für One-Page-Rules umwandelt. Nur, da ich, ähm, das Grunddokument als Fanfiction mit Games Workshop-Content veröffentliche, kann ich da nicht One-Page-Rules mit reinbringen. Dann dreht Games Workshop, glaube ich, durch. Und um das zu vermeiden, wird dann sozusagen die Übersetzung, wie man das auch mit One-Page-Rules spielen kann, halt da ausgelagert und woanders veröffentlicht halt. Das ist, glaube ich, dann kein Problem. Äh, okay. Wie gesagt, Zeitplan ungefähr Beginn nächsten Jahres. Äh, ich weiß nicht, inwieweit das groß, groß gelayoutet wird und so. Also es wird jetzt sicherlich kein Word-Dokument, aber, äh, der, das ist nicht mein Anspruch hier jetzt irgendwie groß, ne, große, was, was optisch Schönes herauszubringen, sondern vielmehr eine Anleitung, Spaß zu haben halt. Und dafür sind ja eigentlich alle auch ganz erwachsen. Mhm. Okay. So weiter planen. Bunte Bilder machen wir selber auf der Spielplatte. Ganz genau. Ich hätte, ich hätte eine ganz konkrete Frage an Michael. Ja. Und zwar, ähm, du hast ja vor einiger Zeit, ähm, in TWS-Folge herausgebracht, da ging es um diese Bäume. Weißt du, welche ich mein? Ähm, Bäume selber bauen, die aus Plastik oder? Die Dungeons sind Lasersbäume? Genau. Wenn man die benutzt und dazu die, die, die Papp, die Papphäuser von Battlesystems, also zum Beispiel das Fantasy Village. Harmoniert das oder, oder, oder sieht das zusammen eher schlecht aus, so aus deiner, deiner Erfahrung heraus? Also, ich glaube, das kommt dann nur auf die Farben an, ne, dass du dann bei der Bemalung der Bäume so ein bisschen guckst, was sind da so für Braun- und Grüntöne, ähm, bei dem Pappgelände, was du denn dann ausgesucht hast. Ähm, aber die haben halt auch schon so ein bisschen Comic-artigen Charakter, finde ich, weil die nicht so, ja, so realistisch geformt sind, sondern schon eher in Richtung Fantasy gehen. Und wenn du da zum Beispiel auch mal mit, ähm, ja, mit harten Schatten, also so mit, ähm, einem dunklen schwarzen Wursch dann drüber gehst oder, oder die Vertiefung, äh, gezielt nachziehst, so Blacklining machst, dann hat das schon, ja, glaube ich, einen passenden Look. Also, ich wüsste nicht, dass die, ja, also ich würde die nehmen dafür, ja. Und du hast was Plastisches, was, was dann, äh, nochmal diese ganze, ähm, ja, Papp-Szenerie, sag ich mal, auflockert, also, und das ist ja auch tolles Gelände und, also, ja, würde ich. Also, Gelände habe ich hier, Hauke, das könntest, das kannst du gerne dann testen, also, wenn du, wenn du möchtest. Hast du? Ja, ich habe damals, glaube ich, bei den Kickstarter mitgemacht oder irgendwie so. Und, äh, daraufhin habe ich mir diese ganzen, ganzen, äh, Papp-Gebäude quasi dann so für Fantasy und so weiter und so fort geholt. Die hast du alle? Ja, ich habe die auch alle. Ich habe die auch. Siehst du? Alter, du hast die auch? Ja. Ich habe meine an den Tobi verschenkt. Schade. Aber du hattest sie. Ja, ja, ich hatte sie, ähm, damals von, ja, Battle System, beziehungsweise Miniaturikum, ähm, bekommen. Also, das war irgendwie so eine, so eine Cross-Promotion, ähm, ja, weil, weil Miniaturikum den Vertrieb aufgenommen hatte von den Sachen, ähm, hatte ich, äh, einen Riesenschwung bekommen. Und dann dachte ich mir, ja, ich, ähm, kann es gar nicht lagern und behalten. Ähm, und der Tobi, der kann ja für seine Spielberichte locker das Gelände benutzen. Und, äh, dann hatte ich ja mit ihm gesprochen und dann gab's ja diesen, äh, diesen kleinen Clip am Ende vom Video, äh, von, von meinem Video, ähm, wo er quasi so einen Battle-Anruf startet. Ach, Michael, komm, ne? Du brauchst das Gelände doch nicht mehr. Du könntest doch mal so kleine YouTuber unterstützen. Weiß nicht, ob er euch daran erinnert. Aber so ist dann das Gelände zu ihm gewandert. Und, ähm, ja. Ja. Deswegen hab ich's nicht mehr. Dann werd ich's mir auf jeden Fall bei Phil oder bei Piwi angucken, wenn ich das nächste Mal da bin. Ja, mach mal ruhig. Ich hab mir tatsächlich, ich hab tatsächlich sogar auch den Maladum, äh, oder Maladum, äh, Kickstarter geplätscht. Ach, echt? Ja. Ist aber noch nicht da, oder? Nee, nee, nee. Aber ich find die Battle-Systems-Sachen einfach genial. Und, also, mir gefällt das sehr gut. Ja. Und ich find auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmig ist. Für mich persönlich auf jeden Fall. Weil halt der ganze, äh, Aufwand des Bauens und Bemalens mehr oder weniger wegfällt. Klar, man muss diese Papp-Sachen schon so ein bisschen zusammenstecken. Aber im Vergleich ist es dann doch, äh, relativ easy. Und die haben auch zu jedem, ähm, zu jedem Geländestück ein, ein Anleitungsvideo, wie man das zusammenbaut. Was auch sehr anschaulich ist. Ja, das stimmt. Und deswegen hatte ich mir ja auch dann, äh, Bäume gedruckt, ne, und hab die ja fertig, äh, und so ein bisschen Laub dran und so weiter. Die wollte ich dann halt da mit draufstellen, auf das Gelände. Oder ich nehm das andere gedruckte Ruinen-Gelände zum Beispiel, wenn man irgendwie, was ich in Skirmisher spielen will oder irgendwie sowas. Also von daher, das passt dann schon. Frage. Ahsoka oder One Piece? Oh, das ist gemein jetzt. Ahsoka. One Piece. Ich kann mir nicht entscheiden. Äh, nee, doch, eher Ahsoka. Weil ich ne völlig andere Bindung zu Star Wars habe in dem Moment als zu One Piece. Ich hab damals mal One Piece, hab ich den, den Anime, ähm, angefangen irgendwie mal, als, als er irgendwie rauskam. Das hat mich nicht wirklich abgeholt, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Serie dagegen jetzt schon, die holt mich mehr ab. Aber ich kann, ich hab viel mehr Emotionen und, und, und Gedanken und Gefühle gerade bei Ahsoka aufgrund von, äh, ähm, Clone Wars. Bitte ganz im Ernst, wenn, wenn, äh, General Hera Syndulla mit der Ghost durch die Rebellenflotte fliegt an der Home One, ne? Ich glaube, ja. Und sagt, ja, egal, wir fliegen da jetzt hin. Und dann der, äh, dann die X-Wing-Piloten sagen, ja, wir sind auch dabei, geht los. Der, der, der krieg jetzt Gänsehaut. Ja, das ist... Dreh durch, echt. Ja. Da reicht das nicht aus, wenn ein Typ im Strohhut kommt. Ha, ha, nein, das, äh, nein, ja. Aber was sagst du denn? Nee, aber, also ich sag mal, dann, ne, der, der Gedanke, Hauke, das Epische, ja, bin ich auch bei dir. Aber als dann zwei, drei X-Wing-Piloten, äh, einfach draufgehen, dass das überhaupt nicht mehr thematisiert wird, dass das nicht mal ein Bedauern irgendwo bei den, bei den Freunden, die zurückgelassen wurden quasi, äh, auslöst. Dass das so, ja, waren halt Statisten, so wie Sprechrollen auf der Enterprise, so, ja, die sind halt weg. Redshirt. Ähm, also ich, ich muss sagen, die, die Serie bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, was die Story vorgegeben hat. Also, ne, die Geschichte, das ist ja alles total spannend, aber handwerklich ist das, hm, 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 Folge jetzt mit dem General Thrawn, äh, oder Großadmiral Thrawn, ähm, hat's, finde ich, ein bisschen entschädigt bislang. Aber One Piece fand ich dagegen wirklich total stimmig, hat richtig schöne Charaktere gezeichnet, hat die Charaktere erklärt, deren Motivation erklärt. Und auch wenn du überhaupt nicht in diesem ganzen One Piece Universum drin bist, du wirst so gut an die Hand genommen, unterhaltsam, spannend und es werden dir wirklich Werte wie Freundschaft, Freiheit vermittelt, ne, lass dich nicht unterbuttern und so und, und das fehlt mir zum Beispiel bei Ahsoka in der Serie komplett. Ja, aber ich glaube, da müssen wir auch ganz klar unterscheiden, dass diese beiden Serien komplett unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, in dem Sinne, dass Ahsoka Star Wars Fans ansprechen möchte, ähm, und die One Piece Serie neue Leute in das Franchise holen möchte. Also die ist nicht an, diese Serie ist nicht an One Piece Fans gerichtet, meiner Meinung nach, sondern einfach grundsätzlich, äh, da wird einfach die Geschichte handwerklich gut in einem Live-Action, in einer Live-Action-Serie erzählt. Und das ist nicht, und Ahsoka würde ich dann eher so in die Ecke Fanservice stecken, ähm, was halt ganz klar halt auch Leute ansprechen soll, die diese, die die Clone Wars Saga gesehen haben, oder Serie. Und die One Piece Serie ist halt, ist, die eröffnet halt einfach das Franchise für Menschen, die noch nie, die nicht mal Kontakt zu Mangas oder Anime jemals hatten, ne. Das stimmt, aber auf der anderen Seite, finde ich, musst du bei Ahsoka ja eigentlich auch schon einiges bei Star Wars konsumiert haben, damit du den Charakteren folgen kannst. Und das wird aber nicht in Ahsoka der Serie nochmal aufgegriffen. Das wird dir nicht erklärt, außer in irgendwie dem einen oder anderen viel zu langen Dialog. Genau, weil die Zielgruppe halt Menschen sind, die das, für die das selbstverständlich ist, was da passiert. Aber dafür, also ich glaube, es gibt genügend Star Wars Fans, die, oder von sich sagen, sie sind Star Wars Fans, die aber eben um die Anime-Serien bislang einen Bogen gemacht haben, die einfach nur die Realverfilmung kennen. Also ich muss Tim und meiner Frau, muss ich das erklären, was das bei Ahsoka auf sich hat mit den anderen Charakteren. Die sind da nicht im Bilde. Und ehrlich, also ich teile diese Meinung komplett, dass One Piece ist handwerklich super gemacht und Ahsoka bleibt in der Tat hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und was mich ehrlich gesagt am allermeisten aufregt, ist dieser Coming-of-Age-Scheiß mit Sabine Wren. Das ist keine kaputte Jugendliche, die ist Ende 20, muss sie sein. Ähm, echt, das macht mich fertig. Und das ist ein völlig unnötiger Konflikt da zwischen Ahsoka und Sabine. Ich weiß nicht, warum man den reingeschrieben hat. Den finde ich, finde ich blödsinnig einfach. Ja, der ist, ich weiß gar nicht, so irgendwie, der kam auch nicht so richtig durch in Clone Wars, so muss man auch dazu sagen. Irgendwie gefühlt, dass die beiden sich da jetzt irgendwie auch wirklich so wie so zwei Magnete teilweise abstoßen. Das war irgendwie noch nie so wirklich das Ding, ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass Sabine bei Rebels mindestens 16 ist, und das ist jetzt wirklich das Mindestmaß, ne? Oder sagen wir mal 16. Dann ist sie, und das spielt jetzt circa vier Jahre vor der Schlacht vor Yavin, dann ist sie 20 zur Zeit von Episode 4. Und dann sechs oder sieben Jahre, also sie muss Mitte, Ende 20 sein. Und da sollte sie soweit gesettelt sein, dass sie ein bisschen besser klarkommt im Leben halt. Und ich finde es auch, also ich finde, dass das, den Charakter hat es nicht gut getan, was mit ihr gemacht wurde bisher. Wobei ich sie interessanter finde als Ahsoka selber. Ahsoka ist der Spiegelbild ja genauso halt, ne? Die ist ja von der einfühlsamen Empathin, obwohl das jetzt ja Tautologie ist, aber von der Empathin ist sie irgendwie zum gegrämten Obi-Wan geworden halt. Also Gott sei Dank lässt das jetzt so langsam nach, ne? Aber immer nur die Arme verschränkt und irgendwelche Negativität ausstrahlt halt. Auch nicht überzeugend, hätte man das besser machen können. Ja, aber was ich dazu sagen muss, ich freue mich jeden Mittwoch mit meinem Sohnemann auf dem Sofa zu sitzen, den Fernseher einzumachen. Die Lautstärke auf, sagen wir ja, mehr als Zimmerlautstärke zu stellen. Ja. Und einfach als Ahsoka zu gucken. So. Und das habe ich mit One Piece genauso gehabt. Also von daher, ähm, alles safe. Aber das wäre, glaube ich, Stoff für eine weitere Folge. Ähm, von daher, ich würde jetzt ganz gerne noch eben, Michael, dir eine letzte Frage vorlesen, die wir bekommen haben von jemandem hier von unserem Discord-Server. Und der Nerdic Painter fragt, und jetzt halte ich fest, das wird ein bisschen länger jetzt gerade. Ähm, mich würde ein banaler Tipp vom Profi interessieren. Ich kürze das jetzt ab. Sein Vater war Modelleisenbahner und er ist mit Ponal groß geworden und alles cool. Und das nervt ihn alles und so ein bisschen so alles auch. Von wegen, ähm, dass, ja, vieles von diesen Klebern da draußen eigentlich nur so verwässerter, ähm, Holzleim eigentlich ist und so weiter und so fort. Und da er jetzt auch ganz gerne mal Gelände mit Schutt bestreut hat und so weiter, hat er jetzt etwas gemacht. Das hat er quasi mit Ponal genommen, also sprich Holzleim, hat das mit Wasser gemischt und hat dann Isopropanol, sprich Alkohol, damit reingetan und das per Sprüher oder Pipette zum Fixieren, ähm, auf das Streugut gegeben. Hast du ein Standard-Mischungsverhältnis, fragt er. Kennst du das? Mir war's neu. Zum Fixieren jetzt, oder? Ja. Also soweit ich das bislang ausprobiert habe oder auch mal in Videos gesehen habe, ist das Isopropanol ja dafür da, um die Oberflächenspannung zu brechen. Wenn du, ähm, wenn du es direkt vermischst, glaube ich, dass sich die, ne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich die Komponenten trennen. Aber ich kenne es eigentlich so, dass du erst mit Isopropanol sprühst und dann das andere, äh, Versiegelungszeug, egal was es jetzt ist, dann drüber sprühst. Und ich, aber es muss sich verbinden, ja. Ich hab's nur noch nicht selber getestet. Das sind, ähm, also diese drei Komponenten, Leim, Wasser und Isopropanol zu mischen. Aber ich benutze eigentlich zum Versiegeln immer eine Mischung aus Holzleim und Wasser. Und, ähm, das rühre ich so ein bisschen nach Gefühl an. Also einfach, dass der Holzleim, ähm, ja, so eine dünnflüssige Konsistenz wie Milch bekommt, auch noch, ähm, milchig aussieht. Aber dann nicht so viel mehr. Wenn ich allerdings so eine große Fläche mit, äh, sehr feinen Details, so Grasstreu einsprühe, dann verdünne ich den Holzleim-Mix dann nochmal ein bisschen, äh, mehr mit Wasser. Also ich würd's so mal ganz grob sagen, eins zu fünf, also, äh, ein Teil, ähm, Holzleim, ähm, fünfteile Wasser, so ungefähr. Okay. Ja. Und, aber da gibt's auch kein richtig und kein falsch. Also, weil du merkst, wenn der Holzleim zu dick oder der Mix zu dickflüssig bleibt, naja, dann verteilt er sich natürlich nicht so gut oder verstopft, äh, im schlimmsten Fall die Sprühflasche. Ähm, aber es trocknet halt transparent aus. Außer wenn du natürlich irgendwo eine richtig dicke Pfütze, ähm, sich gebildet hat und, und da irgendwas vollgelaufen ist, dann muss man's da natürlich wegtupfen. Aber es sieht im ersten Moment, wenn man's aufsprüht, immer so, oh Gott, ne, ich versauge ja mein Gelände oder meine Spielplatte, aber das trocknet halt aus. Und dann gibt's noch die andere Variante mit, ähm, Tiefengrund, beziehungsweise Haftgrund aus dem Baumarkt. Ähm, die Sorten, die ich bislang getestet hab, die trocknen nur so ganz minimal Seidenmal. Also die haben so einen leichten Glanz. Und je nach Untergrund kann das keine Rolle spielen, ähm, fällt nicht auf, aber auf, ähm, geraden Plattenflächen, da siehst du dann so, ah, das glänzt ein bisschen. Und wenn man das nicht haben will, dann muss man halt, ähm, Holzleimwasser nehmen oder nochmal mit, äh, Mattlack drüber sprühen. Genau. So, und meine Empfehlung, äh, für den Nerdic Panther ist einfach, äh, von Scalecolor gibt es einen Terrain-Fixer, das nimmst du dir, nimmst du eine Pimpette, tropfelst das auf deinen, auf deinen Base drauf, was du fixieren willst und dann ist das, äh, abriebfest und dann ist alles gut. Dann, äh, braucht man sich auch darüber keine Gedanken machen, was man wie, wo mit Isopropanol mischen will. Also von daher, kann man fertig kaufen, hast du in einer 100 Milliliter Fläschchen, ist alles schick. So. War das jetzt nur für Bases die Frage? Oder war das allgemein? Naja, so, so direkt hat er es in seinen Achtseiten, äh, Frage nicht unbedingt ausgeführt. Okay, weil für Bases, ja, dann nimmst du einfach Terrain-Fixer und fertig. Ja, oder Terrain-Fixer. Genau. So, und damit steigen wir jetzt auch in Shuttle ein und würde ich sagen, jetzt, äh, machen wir die Biege hier, weil in der Siedlung Önkelstieg gehen auch so langsam die Lichter an. Ich glaube, der Postbote kommt auch so langsam hier und, äh, schmeißt irgendwelche Briefe schon ein und der Zeitungsausträger hat auch schon Licht an seinem Fahrrad an. Also von daher, ich glaube, wir stehen hier so ein bisschen im Weg. Ich würde sagen, Jungs, vielen Dank, dass ihr wirklich diese lange Zeit jetzt, ähm, hier gesessen habt und, ähm, euch da draußen eine schöne Restwoche. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns. Bis bald. Auf Wiedersehen und wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.